Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmfrühstücks. Hier spricht der Patrick und an meiner Seite begrüße ich den Daniel. Moin Daniel. Moin Patrick, ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich endlich wieder am Start bin. Die HörerInnen wissen es vielleicht nicht, ich hatte einen Umzug, den ich jetzt hinter mich gebracht habe. Hier ist noch ein bisschen was Work in Progress, vielleicht klinge ich auch ein bisschen anders als vor der Pause, aber jedenfalls bin ich sehr, sehr froh, wieder da zu sein. Ja, wir sprechen ja über wundervolle Filme heute und deswegen bin ich auch froh, das wieder mit einem wundervollen Menschen machen zu dürfen und wie du schon sagst, es ist viel zu lange her, aber jetzt bist du ja wieder am Start und jetzt können wir direkt wieder durchstarten. Yes, wobei das mit dem wundervollen Film weiß ich nicht, ob ich das nicht zumindest in kleine Gänsefüßchen setzen würde, aber das sehen wir dann im Laufe der Episode, denke ich. Das stimmt, nicht durchgängig, aber sagen wir mal, das Franchise an sich, da sind wir uns glaube ich beide einig, dass das schon an sich ein wundervolles Ding ist. Da sind wir uns einig, denn ansonsten denke ich, würden wir diesem Franchise nicht auch jetzt zwei Episoden widmen, denn das haben wir vor. Wir haben quasi die Road to Dead Reckoning ausgerufen, denn dieser Tage kommt ja der siebte Teil der Mission Impossible Reihe ins Kino. Das Ganze wird ja zweigeteilt, also Dead Reckoning Part One kommt ins Kino und wir haben uns gedacht, das ist doch eine ganz gute Gelegenheit, um auf die bisherigen Filme des Mission Impossible Franchises zurückzublicken und das machen wir heute mit den Teilen 1 bis 4 und nächste Woche dann mit 5, 6 und eben Dead Reckoning. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir zu einer potenziell unmöglichen Mission hier aufbrechen, Daniel, was hast denn du außer Mission Impossible zuletzt gesehen? Ich habe mir Crimes of the Future von David Cronenberg angeguckt und wenn jetzt ein paar Leute sagen, Moment mal Daniel, den hast du doch schon gesehen. Es gibt ja zwei Crimes of the Future von David Cronenberg. Es gibt den letztjährigen Crimes of the Future und es gibt David Cronenbergs, ich weiß gar nicht, ob das sein Debütfilm war, aber auf jeden Fall einer seiner ersten Crimes of the Future von 1970 und der ist die letzten Tage auf MUBI veröffentlicht worden. Da habe ich mir gedacht, komm, tauchst du doch mal wirklich so ins frühe Schaffen von Cronenberg ein und es war auf jeden Fall ein wilder Trip. Der geht nur 60 Minuten knapp, aber wir verfolgen da den Leiter einer, ich würde mal sagen, Klinik oder Anstalt, wie er uns erzählt, dass sein Mentor verschwunden ist und dann gibt es da komische Menschen in dieser Anstalt, die irgendwelche Flüssigkeiten aussondern, wenn man ihre Brustwarzen reibt und er versucht dann halt irgendwie rauszufinden, wo ist mein Mentor, was hat es mit diesen Menschen auf sich, wie passt das hier alles zusammen und es ist ein ganz wilder, kruder Mix, wie man das von Cronenberg erwartet. Es hat tatsächlich auch so ein paar Anleihen des Crimes of the Future von letztem Jahr. Es geht beispielsweise um wachsende Organe, Organe, die da nicht hingehören im Körper und wie man mit denen umgeht. Ja, also ich sag mal so, wer einfach sagt, ich will die Cronenberg-Biografie beziehungsweise Filmografie kompletieren, der kann sich den gerne anschauen, aber da muss man schon so ein bisschen hart gesotten sein, um die 60 Minuten durchzuhalten. Verstehe und sollte man Fan des, was ist es, Remakes, also des aktuellen Crimes of the Future sein, um den genießen zu können? Nö, also das Vorwissen braucht man nicht. Man kann sich den neuen Crimes of the Future auch so anschauen, beziehungsweise jetzt auch den alten auch so anschauen. Das ist, wie gesagt, so komplett losgelöst voneinander aus, dass es halt so ein paar Parallelen gibt, wie eben diese, ja, diese Fixierung auf Organe, die nicht in den menschlichen Körper gehören. Neuwachsende Organe, wie man mit diesen umgeht, wie man diese vielleicht auch glorifiziert. Das wird halt so ein bisschen aufgegriffen, aber so storytechnisch hat das beides wenig miteinander gemein. Verstehe. Also wer das Mubi-Abo hat und so ein bisschen auf frühen Cronenberg Bock hat, der kann da mal einen Blick riskieren. Genau, und da der auch nur 63 Minuten geht, ist jetzt auch nicht so viel Zeit investiert und man hat dann auf jeden Fall noch eine kleine Cronenberg-Lücke geschlossen. Das hört sich gut an. Ja, ich habe den auch schon mal grob ins Auge gefasst und ja, du hast ja gesagt, das ist ja, den kann man ja im Grunde, also wahrscheinlich nicht wegen des Inhalts, aber zumindest wegen der Laufzeit auch ganz gut wegsnacken. Genau, aufgrund des Inhalts ist er ein bisschen sperrig. Aber was stand denn bei dir auf der Liste in den letzten Tagen? Ja, wie gesagt, also hauptsächlich stand Umzugskram auf der Liste. Deswegen habe ich gar nicht so viel gesehen außerhalb der Filme, über die wir jetzt heute sprechen. Wir haben nebenbei so ein bisschen Serienkram geschaut. Eine Serie, die dir was sagen wird, weil du mir das Buch mal empfohlen hast, nämlich Silo. Da haben wir die erste Staffel geschaut. Die ist mittlerweile komplett bei Apple TV Plus zu sehen und ist eine sehr, sehr große Empfehlung. Also bei mir definitiv Kandidat auf Top 5 des Jahres, würde ich mal schätzen. Je nachdem, was jetzt noch so kommt. Ja, das klingt sehr gut. Sehr schöne Sci-Fi-Inside-Mystery-Serie, würde ich so grob kategorisieren. Und ansonsten haben wir so zu Zerstreuung abends mal ein Rewatch der Insidious-Reihe gemacht, denn da kommt ja mit Red Door jetzt auch der nächste Teil ins Kino. Ja, und auch da wie bei jedem Rewatch von Filmreihen gemerkt, dass die Qualität der einzelnen Teile dann doch sehr schwankend ist. Ja, definitiv. Hast du denn bei Silo das Buch vorher noch geschafft oder zumindest ein bisschen reingelesen? Reingelesen ja, geschafft nicht. Hast du denn das, was du gelesen hast, schon gut umgesetzt? Also hat die Serie das gut eingefangen? Ja, durchaus. Also wie gesagt, ich bin mit dem Buch noch nicht durch, deswegen kann ich nicht ganz final sagen, wie werkgetreu diese Serie jetzt ist. Aber es gibt ja drei Bücher, glaube ich, ne? Genau. Genau. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, bildet die erste Staffel der Serie auch tatsächlich das erste Buch ab. Dementsprechend wird es da auch noch mehr geben. Und ich bin schon sehr gespannt, ob ich dann abwarten kann, bis Staffel 2 und Staffel 3 zu Apple TV Plus wandern. Oder ob ich tatsächlich dann doch mal zu den Büchern greife. Mal gucken. Also ich bin mit der Serie noch nicht ganz durch, aber ich finde schon, dass sie sich da gut am Buch orientieren. Aber trotzdem jetzt nicht Kapitel für Kapitel abarbeiten, sondern auch Dinge, die später im Buch geschehen, schon mal so ein bisschen in den ersten Episoden einweben. Dass du so ein bisschen Foreshadowing auch hast, ein paar Hintergrundinformationen. Und ich bin sowieso ein Fan davon, wenn jetzt Bücher nicht eins zu eins nacherzählt werden. Deswegen bin ich da auch sehr zufrieden. Und Rebecca Ferguson ist dabei. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Schade, dass wir heute nicht Mission Impossible 5 im Gepäck haben. Sonst würde ich wahrscheinlich einfach nur eine Stunde über Rebecca Ferguson schwärmen. Aber auch in Silo ist sie mal wieder top. Ja, unglaublich gute Schauspielerin und wird ja dann nächste Woche ein Thema hier sein. Ja, genau. Ja, aber heute soll es ja um Mission Impossible gehen. Und Mission Impossible basiert ja auch auf etwas, nicht jetzt einem Roman, wie es bei Silo der Fall ist, sondern auf zwei etwas älteren Serien, nämlich Cobra übernehmen sie, wie sie im Deutschen hieß. Die lief so Ende der 60er, Anfang der 70er und in geheimer Mission. Das lief Ende der 80er. Kennst du die beiden oder eine von denen? Ich kenne sie tatsächlich, aber habe nie mehr als ein paar Episoden gesehen. Also es war nie so mein Ding. Es sind natürlich auch ältere Serien. Das ist natürlich mit heutiger Dramaturgie nicht zu vergleichen. Ich habe aber auch erst sehr spät zu solchen Sachen wie Columbo gefunden und die Schätzen gelernt. Von daher will ich nicht ausschließen, dass ich irgendwann nochmal mich an Cobra übernehmen sie oder in geheimer Mission Rand traue. Das lief ja beides im englischen Original unter dem Titel Mission Impossible tatsächlich. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass ich irgendwann dann nochmal sage, vielleicht mache ich da mal so einen kleinen Rewatch von und tauche nochmal tiefer in diese Serien ein. Aber bis auf ein paar Episoden habe ich da noch nicht viel gesehen. Hat aber gereicht, um die Parallelen zu den Filmen zu erkennen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, im Prinzip ähnlich. Also ich habe sehr, sehr wenig davon gesehen und noch weniger davon in Erinnerung, weil das ja typischerweise, wie das früher so war, da hat man mal eine Folge zufällig hat man eingeschaltet, gerade den Fernseher und dann lief die. Ich weiß gar nicht, wo sie liefen. RTL glaube ich. Zumindest eine Zeit lang. Und dann hat man eben im Zweifel auch mitten in der Episode eingeschaltet und die einfach geguckt. Und da war man ja noch nicht. Also Bingen gab es ja schlicht damals noch nicht. Dementsprechend hatte man gar nicht die Möglichkeit, das jetzt so am Stück zu verfolgen, außer man hat sie sich auf VHS aufgenommen beispielsweise. Aber nee, das hatte ich bei denen auch nicht. Ich wusste, dass es sie gibt. Ich wusste auch, dass Mission Impossible, als ich den ersten damals gesehen hatte, darauf basiert. Und die Parallelen sind ja irgendwie klar zu sehen. Aber so richtig, richtig eingetaucht bin ich da auch nie. Ja, das hast du gerade schon richtig schön beschrieben mit, man hat mal zwischendurch eingeschaltet. Also so ging mir das bei den ganzen Sachen damals, wie Kobo übernehmen sie, Columbo, Mord ist ihr Hobby. Du bist irgendwie von der Schule gekommen, wolltest mal ein bisschen was zur Zerstreuung anmachen, hast mal angeschaltet, hat man was zwischendrin geschaut oder die Eltern haben vielleicht mal reingeschaut, dann hat man ein bisschen was mitgenommen. Aber nie so wirklich, dass man dann gesagt hat, wie du gerade schon sagtest, so Bingen, ich nehme mir das jetzt irgendwie mal auf Kassette auf und gucke das mal hintereinander weg, sondern das war immer so ein bisschen läuft nebenbei, hat man schon mal gesehen, kennt man irgendwie. So sieht es aus, ja. Und wie war es bei Mission Impossible bei dir? Bist du da Fan der ersten Stunde und hast den ersten, ja im Kino wahrscheinlich noch nicht, aber dann irgendwie im Heimkino auf VHS oder sowas gesehen? Oder bist du da erst später in die Reihe eingestiegen? Ich bin tatsächlich direkt mit eingestiegen, weil da ja die große Hochzeit der DVD gestartet ist, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere und mein Vater dann so um die 2000er den ersten DVD-Player angeschleppt hat. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt zeitlich nicht. Nee, das kommt hin, ja. Aber da war dann eben auch Mission Impossible dabei und mein Vater, der war da, ja, sagen wir mal recht human, weil er gesagt hat, Daniel ist ja jetzt schon 14, auch wenn er jetzt 16 draufsteht, ist kein Problem, wenn er mitguckt. Und dann haben wir tatsächlich das erste Mal Mission Impossible zusammen gesehen und Mission Impossible 1 und 2 sind dann auch so unsere Go-To-Filme geworden, wo wir da mal so Vater-Sohn-mäßig Filme zusammen geguckt haben. Und deswegen bin ich da tatsächlich auch Fan der ersten Stunde, habe ihn aber, und da kommen wir gleich auch noch dazu, in späteren Jahren noch mehr lieben gelernt. Ich fand die damals schon großartig. Aber ja, so gewisse Nuancen, die lernst du erst später zu schätzen, wenn du dann halt auch schon so ein bisschen was für eine Welt gesehen hast, ein paar Filme gesehen hast. Deswegen bin ich sehr gespannt, dass wir heute drüber reden. Ah, das ist ja schön. Ja, wenn ich dann jetzt höre, dass du die damals mit deinem Dad geguckt hast und da so ein bisschen Emotionalität mit verbindest, dann erklärt sich vielleicht auch ein Pick später, den ich dann mal zur Diskussion stellen will. Aber dann, ja, habe ich da schon, da kann ich mir schon denken, warum du den Film gewählt hast. Passt. Aber es ist auch ein Pick dabei. Also wir haben ja eigentlich nur den Best-Movie genommen. Wenn wir den Worst-Movie genommen hätten, da ist tatsächlich bei Mission Impossible 2 eigentlich noch mehr Emotionalität dabei. Aber der ist dann quasi im Rewatch komplett zusammengebrochen. Ja, das geht mir ähnlich. Aber da kommen wir nachher noch zu. Mein erster Kontakt war tatsächlich nicht mal der Film, sondern das Nintendo 64 Spiel. Das habe ich gespielt, bevor ich den Film gesehen habe und habe das auch noch in sehr, sehr guter Erinnerung, weil das ja ein recht frühes Nintendo 64 Spiel ja auch war. Aber ich fand ein sehr, sehr gutes. Ich wäre sehr gespannt, das jetzt vielleicht nochmal irgendwie auszupacken und zu spielen. Das ist wahrscheinlich auch wie viele frühe Nintendo 64 Spiele, gerade die mit Third Person und so, fürchterlich gealtert. Aber so ein bisschen aus dem Film erkennt man da ja wieder. Hast du das auch gespielt? Nee, tatsächlich nicht. War das von den GoldenEye-Machern eigentlich? Ich meine ja. Ich meine schon. Weil der Look war, glaube ich, ähnlich. Also GoldenEye habe ich damals gezockt, aber das Mission Impossible Spiel tatsächlich nicht, weil ich selber hatte keinen N64, sondern ich musste immer zu Kumpels. Und die hatten leider kein Mission Impossible am Start. Ja, okay. Dann hat sie es nicht ergeben. Genau. Von Infogramm. Ich habe es gerade gefaktcheckt. Okay. Ja, aber heute soll es ja nicht um Nintendo 64 Spiele gehen, sondern tatsächlich um die ersten vier Filme der Mission Impossible Reihe. Und wir fangen natürlich mit dem ersten an aus dem Jahr 1996. Wir haben es gerade schon angerissen. Hört auf den sehr einfachen Titel Mission Impossible. Wurde inszeniert von Brian D. Palmer, einem der ja absoluten Tausend-Sasser unter den Regisseuren. Wenn man da mal in die Filmografie guckt, findet man da alles von Horror über Gangster bis eben, ja, Agenten-Action jetzt wie hier. Also zu seinen größten Hits sowas wie die unbestechlichen Kalitos Way, Scarface, aber eben auch Carrie. Ja, genau. Also Brian D. Palmer auf dem Regiestuhl. Und wir haben natürlich als ja großen Protagonisten des ersten Films, aber eben auch der gesamten Reihe und so ein bisschen auch Aushängeschild der Reihe. Natürlich Tom Cruise in seiner Rolle als IMF-Agent Ethan Hunt. Und ja, Tom Cruise wird natürlich in jedem Film eine andere SchauspielerInnen-Riege präsentiert. Und hier haben wir unter anderem als Jim Phelps. Und Jim Phelps ist ja, das habe ich in der Vorbereitung zur Episode noch mal gelesen, da konnte ich mich auch tatsächlich nicht mehr dran erinnern, dann einer der Hauptprotagonisten aus den beiden Serien, die wir vorhin angesprochen haben. Genau, wird hier dargestellt von John Vogt. Und als sehr bekanntes Gesicht haben wir natürlich hier noch Jean Reno als Franz Krieger und auch ein Gesicht, was uns über die gesamte Reihe noch begleiten wird. Das wusste man damals natürlich noch nicht. Wing Rames spielt Luther Stickle. Ja, der erste Mission Impossible, wenn wir mal auf die gängigen Filmbewertungsportale schauen, hat in der IMDb eine 7,1 von 10 und auf Boxed eine 3,7 von 5. Hat damals immerhin schon stolze 80 Millionen Dollar gekostet und knapp über 450 Millionen Dollar eingenommen. Also da konnte man sich damals dann schon denken, das wird nicht bei einem Film bleiben. Ja, worum geht es in Mission Impossible? Wir hatten es im Vorgespräch schon, wenn man es ganz auf die Basics runter bricht, dann ist im Grunde, passt jede Story eines jeden Mission Impossible Films eigentlich auf den Bierdeckel. Nur der Weg, wie man von Story Beginn zu Story Ende kommt, ist dann eben mit, ja, zig Location-Wechseln, großen Action-Set-Pieces und den einen oder anderen Twists gespickt. Aber im Grunde ist es immer recht einfach. Hier begleiten wir Ethan Hunt, wie gesagt, Tom Cruise, Agent bei der IMF und der wird beschuldigt, ja, die IMF verraten zu haben. Und um seine Umschuld zu beweisen, muss er die sogenannte NOC-Liste wieder beschaffen. Das ist eine Liste, auf der einmal die Agentennamen der IMF-Agenten stehen, aber eben auch die realen Namen. Sprich, wenn die falschen Personen diese Liste in die Hände kriegen, dann sind alle IMF-Agenten enttarnt. Ja, und die muss er zurückbringen, um eben den wahren Verräter zu entlarven und seine Unschuld zu beweisen. Darum geht es im Grunde im ersten Mission Impossible. Und wenn wir jetzt mal zurückrechnen, 1996 ist jetzt schon geschlagene 27 Jahre her. Also das Franchise geht jetzt ins dritte Jahrzehnt. Das ist ja schon der Wahnsinn. Du hast vorhin gesagt, du hast es früher mit deinem Dad geguckt. Hast du es jetzt für die Vorbereitung auf die Episode nochmal geschaut? Und wenn ja, wie hat sich so die Rezeption für dich verändert generell? Ich habe es nochmal geschaut. Ich bin jetzt mittlerweile bei Teil 5 angelangt. Also der letzte Teil, Mission Impossible 6, fehlt mir noch. Aber ich bin auch froh, dass ich es nochmal gemacht habe, weil Mission Impossible tatsächlich für mich nochmal gewonnen hat, aus vielerlei Hinsicht. Gerade diese Eröffnungssequenz in Prag. Weißt du, früher als Jugendlicher hast du da gesehen und gesessen und hast gedacht, ja, ist halt so eine mittelalterlich wirkende europäische Stadt, ist ganz cool. Und wenn du jetzt mittlerweile weißt, was du an Prag für Wahrzeichen hast, was das so für eine Stimmung ist da in dieser Stadt, wenn du das dann da siehst, wenn du wirklich dann nochmal auf dieser ikonischen Brücke auch unterwegs bist in diese Eröffnungssequenz, das hat für mich nochmal deutlich besser funktioniert, emotionaler nochmal abgeholt. Und wie du das auch schon eben so ein bisschen angedeutet hast, ist natürlich dadurch, dass ich das damals mit meinem Vater geguckt habe, nochmal so eine emotionale Reise zurück. Man sitzt wieder so als Jugendlicher auf der elterlichen Couch in der alten Wohnung und fühlt sich in die Zeit so ein bisschen zurückversetzt. Und das war dann tatsächlich so sowohl emotional als auch qualitativ nochmal eine schöne Reise, weil ich den Film auch immer noch sehr, sehr gut finde. Ja, du hast gesagt, Prag, da beginnt alles. Und ich habe es mir dann so notiert, weil das habe ich tatsächlich beim ersten Mal gar nicht bewusst so wahrgenommen. Aber wahrscheinlich auch, weil ich das Genre gar nicht kannte. Ich fand im Rewatch jetzt, der Anfang wirkt fast so ein bisschen wie aus einem Giallo. Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht genau beurteilen, weswegen. Da hat wahrscheinlich auch Prag als Handlungsort eine Menge mit zu tun. Aber irgendwie hat das so auf mich gewirkt. Kannst du das irgendwie nachvollziehen oder bin ich da komplett auf dem Holzweg? Nee, nee, das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil du hast ja einerseits diesen Film, der auf einer damals bekannten Serie basiert. Und man wollte ja mit dieser Prag-Sequenz auch so ein bisschen so kleinen Flashback schaffen. Das heißt, es sind auch sehr viele Retro-Elemente dabei. Ob du jetzt Phelps hast, der halt diesen Trenchcoat anhat, wie man sich früher Agenten vorgestellt hat. Diesen riesigen Trenchcoat mit dem Kragen, den der dann hochklappt, solche Dinge. Einmal das. Und du hast natürlich auch wieder die ikonischen Handschuhe, die aus dem Off jemanden töten. Das ist natürlich auch ein Inbegriff des Giallo eigentlich. Deswegen kann ich da vollkommen nachvollziehen, dass das für dich so gewirkt hat. Für mich war es dann tatsächlich dann wirklich auch dieser kleine Throwback zu der Serie damals, auch wenn ich da nur ein paar Folgen gesehen habe. Aber das war halt auch so schön, ja, so ein bisschen traditionell aufgemacht, wie eben früher diese Agenten-Serien waren. Es war jetzt noch nicht allzu actionreich, sondern alles eher so ein bisschen suspense-mäßig aufgebaut. Deswegen kann ich vollkommen nachvollziehen, warum das so auf dich gewirkt hat. Ja, dieses weniger Action, zumindest im Vergleich zu den späteren Einträgen der Reihe, das zieht der Film ja auch eine ganze Zeit lang durch. Es kommt dann später natürlich noch zu ein, zwei ikonischen Action-Set-Pieces, die, um das schon mal vorwegzunehmen, fand ich teilweise echt nicht gut gealtert sind. Also wenn ich da an Jean Reno im Hubschrauber in dem Tunnel denke, weiß ich nicht. Das hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt, muss ich gestehen. Aber was ich dann jetzt noch gelesen habe, was mir tatsächlich jetzt auch im Rewatch gar nicht so bewusst aufgefallen ist, ist, dass es ja der einzige Film der Reihe ist, in dem Ethan gar keinen Schuss abgibt und in dem es auch generell überhaupt keinen großen Shootout oder sowas gibt. Ist dir das aufgefallen? Tatsächlich schon, aber es wäre mir damals wahrscheinlich nicht aufgefallen. Dadurch, dass wir jetzt schon sechs Mission Impossible Filme kennen und wissen, was das hinterher für ein Action-Feuerwerk wird, war es dann halt sehr schön zu sehen, wie viele leise Töne da eigentlich angeschlagen werden im ersten Teil und dass Ethan diesen Kodex fast schon wie Batman hat, so ich darf niemanden töten, ich darf auf niemanden schießen, keine Unschuldigen werden hier irgendwie mit reingezogen. Das zieht sich zwar in den weiteren Folgen so ein bisschen fort, aber da weicht er das schon mal zwischendurch so ein bisschen auf und sagt dann so, ey, wenn ich jetzt um mein Überleben kämpfen muss, dann muss halt auch jemand dran glauben. Und da war er tatsächlich wirklich noch so dieser, ja schon so ein bisschen naive, junge Agent, der gesagt hat, ich ziehe hier zwar mein Ding durch, aber wir machen das alles schön nach Protokoll und ich versuche da auch möglichst niemanden mit reinzuziehen oder niemanden mit umzubringen. Was natürlich auch verständlich ist, weil ja zum Beispiel dieses große Setpiece hinterher in Langley im Headquarter, weil da natürlich auch so die eigenen Leute dabei sind. Er ist ja, auch wenn er zwar so ein bisschen verraten wurde, ja würde er trotzdem gegen US-Bürger zu Felde ziehen oder welche töten. Deswegen kann ich schon verstehen, dass er dann für Sicherheit sagt, ich will hier möglichst niemanden in Mitleidenschaft ziehen. Ja, absolut. Ja, du hast gesagt, es ist noch so ein bisschen jünger, ein bisschen unerfahrener. Ich fand es jetzt auch retrospektiv faszinierend, wie jung Tom Cruise in dem Film aussieht, obwohl er ja immerhin schon in Anführungsstrichen 34 war, als der Film gedreht wurde. Ja, ich sah mit 34 nicht so aus. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich könnte auch nicht die ganzen Action-Sequenzen selbst machen aus den Filmen. Das stimmt. Aber ich fand es auch witzig zu sehen, dass Ethan ja hier tatsächlich noch nicht der Teamleader ist, den wir kennen. Wir kennen ihn aus späteren Teilen einfach immer so als der Go-To-Guy, wo alle halt immer sagen, ach ja, Ethan Hunt, der schafft das schon. Der muss zwar hier fünf Minuten die Luft anhalten und irgendwie vom Hochhaus springen, aber das ist Ethan, der schafft das. Und hier war er tatsächlich wirklich einer von vielen, ein Puzzleteil des Teams, aber noch nicht der Leader des Teams. Deswegen fand ich das sehr schön, wie er sich dann hinterher auch entwickeln wird, um nochmal diese Anfänge zu sehen. Aber um nochmal kurz auf das Intro zurückzukommen, was ich heute auch nochmal so ein bisschen wertschätzen kann, ist, dass er zum Beispiel Emilio Estevez da mitspielt. Und dass das halt damals so ein großes Ding war, so, ey, Emilio Estevez im Neumischen Impossible und alle gedacht haben, der spielt eine tragende Rolle und dann stirbt er halt einfach nur 20 Minuten. Und das muss damals halt wirklich ein Schock gewesen sein. Und wenn er halt, weiß nicht, mit 15 hast du ihn mal gesehen in irgendwelchen anderen Filmen, aber hast ihn noch nicht so als Star im Kopf gehabt. Und heute ist das wirklich witzig anzusehen, wie dann, oder wenn man sich das halt vorstellt, Leute gehen da rein, um Emilio Estevez zu sehen und ist er halt nur 20 Minuten weg. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, was du gesagt hast, dass Ethan da noch nicht so der Teamleader ist. Darauf zahlt ja, finde ich, auch so ein bisschen ein, dass mittlerweile ist das ja eigentlich so eine Squad-Geschichte. Man hat Benji, man hat Luther und im ersten Teil hat er ja quasi nur Luther und wir wissen ja da noch gar nicht, dass er quasi ihn durch die ganze Reihe begleiten wird. Und dieses Team, von dem er dann natürlich, weil er der Protagonist schlicht auch einfach noch gar nicht. Genau. Also damals ist er wirklich dann losgelöst gewesen und du kannst ja auch im ersten Moment gar nicht einschätzen, wem aus diesem Team kannst du dein Vertrauen und wem nicht. Und dass sich dann Luther in den folgenden Teilen so mit als sein bester Freund rausstellt, das haben wir zwar dieses Wissen und das ist halt immer schön, so diese kleinen Knospen zu sehen, die dann hinter anfangen zu blühen. Aber tatsächlich war das ja damals wirklich, okay, er muss jetzt mit diesen Leuten klarkommen und das irgendwie schaffen. Aber da hat er jetzt tatsächlich zu Claire eigentlich noch die innigste Beziehung zu Beginn. Ja, genau. Ja, es ist ja allgemein so, dass man merkt schon gerade, wenn man das Wissen der folgenden Teile hat und den ersten nochmal schaut, dass da schon viele Grundsteine gelegt werden für die späteren Teile. Nicht nur was die Gadgets angeht, da kommen wir dann später noch zu. Der erste Teil hält sich da zumindest noch ein bisschen zurück, das wird dann in zwei und drei nachher noch ein bisschen wilder. Aber auch so ein bisschen der Take, du hast es im Skript genannt, traue nie deinem Vorgesetzten oder nie deinem Mentor. Das war es ja ein gewisser schwarzer Rächer in manchen seiner Filme auch schon, ja, leidvoll lernen musste. Und das lernt ja Ethan hier auch. Genau. Also es ist sehr schön zu sehen, wie viele Grundsteine hier gelegt werden, die andere Filme auch aufgreifen. Also wenn wir jetzt halt so den zweiten so ein bisschen ausklammern, und da kommen wir leicht zu, dass der halt einfach versucht hat, so das komplett zu ignorieren teilweise, was Mission Impossible 1 gemacht hat. Aber du hast halt in den späteren Teilen wirklich immer kleine Referenzen, auch was die Charakterentwicklung von Ethan angeht oder Charakterzüge, die auf den ersten Teil sich referenzieren. Also sei es halt entweder so, solltest vielleicht mal hinterfragen, was dein Vorgesetzter im Schilde führt. Du hast einen Love Interest, den du beschützen möchtest und den du vielleicht nicht beschützen kannst, weil du eben diese Position hast, die du hast. Und wir haben natürlich dann Luther, das hast du eben schon erwähnt, so als kleinen roten Faden, der uns in den späteren Teilen geleiten wird. Und gleichzeitig haben wir aber auch immer, immer eine Schachtszene dabei. Sei es jetzt mal mit Luft gefüllte Schächte oder mit Wasser gefüllte Schächte. Aber es ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Element, was jeder Mission Impossible auch haben muss, haben sollte. Natürlich auch den zugehörigen Heist. Wir haben halt immer zwischendurch so einen kleinen Missionsaufbau, aber es mündet meistens in einem großen Heist, dass es heißt, du musst einen McGuffin aus irgendeinem Gebäude holen oder du musst jemanden aus dem Gebäude retten, infiltrieren. Es gehört immer zu dieser Reihe mit dazu. Und das macht es für mich halt auch immer so ein bisschen spannend, weil das Ganze heißt ja auch Mission Impossible. Das heißt, es muss halt immer quasi ein Setting geben, wo du am Anfang denkst, wie sollen die das schaffen? Das ist quasi impossible, aber der Ethan, der schafft das schon. Der Ethan, der macht das. Ja, McGuffin ist ja quasi eines der großen Schlagworte der gesamten Reihe. Ich meine, das ist ja, geht ja schon so weit, dass in einem Film, zu dem wir nachher kommen, wird ja wirklich über drei Viertel des Films geheim gehalten, was das Ding überhaupt ist, was da gesucht wird und was so wahnsinnig wichtig ist. Und das ist ja im ersten Teil ist die Nockliste. Klar, da wissen wir direkt, ja, das ist was sehr Wichtiges und das darf nicht in die falschen Hände geraten. Später ist es ein Virus, dann ist es ein Irgendwas, dann im dritten Teil, wo wir nachher zu kommen. Also der zieht sich ja auch wie die Schachtszene tatsächlich durch das gesamte Franchise. Das stimmt, ja. Manchmal ein bisschen mehr mysteriös, manchmal ein bisschen weniger. Und manchmal hast du Filme, die versuchen dann einfach mysteriös zu sein wie Teil 2 und im Endeffekt kommst du aber eigentlich nach zwei Minuten drauf, was gesucht wird. Nur die Protagonistinnen und Protagonisten, die stehen irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, das stimmt. War das jetzt schon die galante Überleitung zum zweiten Teil oder hast du noch was zum ersten auf der Liste? Wir können schon gerne überleiten. Ich würde auf jeden Fall aber unsere Langley-Szene einmal hervorheben, weil es glaube ich so mit das ikonischste Action-Piece der Reihe ist, wie Ethan versucht in diesen Computerraum einzubrechen, von der Decke gleitet und es ist glaube ich so mit einer der meist kopierten Szenen aus Mission Impossible, oder? Wie oft ich das schon in irgendwelchen Filmen referenziert gesehen habe, ist unglaublich. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch der Shot, den man kennt, wie er da hängt. Alle vier von sich gestreckt, kurz vorm Boden ist er dann noch zum Stoppen gekommen. Das ist quasi die ikonische Szene, absolut. Und ja, völlig klar, dass die dann in jedem Teil wieder irgendwie zumindest referenziert werden muss. Und im Endeffekt hängt er ja eigentlich nur von der Decke runter, was einfach so verdammt spannend inszeniert, wie Palma das macht. Gerade auch so mit diesem Schweißtropfen, der eben dann runterrinnt und weiß unten, das ist halt ein sensorenbehafteter Boden, der merkt, wenn da Druck draufkommt, selbst wenn es nur ein Schweißtropfen ist. Und also du schwitzt da richtig mit. Also es ist halt auch fast 30 Jahre später immer noch der Wahnsinn. Absolut, ja. Es finde ich, bei fünf und sechs bin ich mir nicht mehr sicher. Die muss ich noch rewatchen für Teil sieben dann im Kino. Aber zumindest was die ersten vier angeht, für mich mit Abstand die spannendste, also klassische Spannung, Suspension-Szene der ersten vier Filme. Genau, klassische Spannung auf jeden Fall. Ich hatte hinterher noch eine Angstspannung in Teil vier, aber da kommen wir später noch zu. Ja, da kommen wir später noch zu. Okay, das heißt, wenn du einen Strich drunter machst, wie viele Toasts würdest du Mission Impossible 1 jetzt geben aus heutiger Perspektive? Er hat immer noch so ein paar kleinere Schwächen. Du hast ja gerade noch so das gealterte CGI und sowas angesprochen. Deswegen kann ich nicht ganz die wohlverdienten fünf Sterne geben, aber ich bin bei vier von fünf und einem Herzchen bei meiner Wertung. Das ist schön. Ja, mit dem Herzchen gehe ich mit. Ich bin dann halben Stern oder halbe Toastscheibe niedriger eingestiegen bei einer 3,5, weil mich der ganze Part mit Jean Reno ein bisschen gestört hat, weil ich finde, er spielt in dem Film nicht gut. Und das Ganze gipfelt eben in dieser, ja, eigentlich potenziell natürlich spektakulärsten Action-Szene des Films. Aber die ist heutzutage wirklich sehr schwer anzusehen, finde ich. Ja. Tatsächlich. Das hat es ein bisschen runtergezogen bei mir. Und ich komme ja sowieso irgendwie nie mit Zug-Action klar. Also für mich ist es immer so das Gleiche, dieses, ja, wir laufen von einem Waggon zum nächsten und irgendeiner fällt mal aus dem Fenster oder krabbelt oben auf dem Zug rum. Das ist irgendwie in jeder Serie, in jedem Film das Gleiche. Deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Und es gibt ja auch viele Stimmen, die halt sagen, der Film ist halt unnötig kompliziert, weil er so den einen oder anderen Twist zu viel hat. Und ich kann selbst auch sagen, so als Jugendlicher habe ich da gesessen und dachte auch so, was, wie, wer hat jetzt was wo gemacht und warum tut er sowas? Und wenn du es halt irgendwie, weiß nicht, dann zehnmal gesehen hast, dann hast du es dann irgendwann auch verstanden und denkst dir, ja, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt der Plotpunkt und hier kommt der Twist. Aber gerade wenn du so das erste oder zweite Mal den Film siehst, dann denkst du dir halt auch wirklich, ja, es ist irgendwie alles ein bisschen zu kompliziert dafür, dass die Handlung halt auf den Bierdeckel passt. Ja, exakt, exakt. Aber das wird ja bei den späteren Filmen noch ein bisschen, ja, schlimmer in Anführungsstrichen, wenn man es denn schlimm findet. Ja, dann kommen wir doch mal zu Mission Impossible 2, oder? Aus dem Jahr 2000, also vier Jahre, haben sie sich da Zeit gelassen bis zum Sequel, inszeniert tatsächlich von John Wu. Den kennt man also natürlich von den klassischen großen Action-Krachern wie The Killer oder Bullet in the Head, aber der chinesische Regisseur hatte natürlich auch ein paar Ausflüge nach Hollywood, unter anderem natürlich Mission Impossible 2. Wer hätte es gedacht? Aber auch sowas wie Face-Off, den ich wahnsinnig gerne mag und Windtalkers zum Beispiel und noch ein paar andere. Ja, wir haben natürlich wieder Tom Cruise als Ethan Hunt, wir haben natürlich wieder Wing Reims als Luther Stickle und wir haben beispielsweise noch Sandy Newton hier mit im Cast und über den habe ich mich sehr gefreut und schon total vergessen, dass er da mitgespielt hat, Brandon Gleeson, der aber bei mir auch erst so in den letzten Monaten, als ich dann Brügge sehen und sterben nachgeholt habe, ja, sich den Weg in mein Herz gespielt hat. Ja, den habe ich auch total verdrängt und wie du es jetzt gerade auch schon gesagt hast, so wenn du, wenn du die neueren Filme von ihm damals halt noch nicht kanntest, dann war es halt auch schwer, ihn irgendwie zuzuordnen und heute sitzt du natürlich da und sagst dir, oh, guck mal, Brandon Gleeson spielt da auch, da habe ich ganz verdrängt, aber damals kanntest du ihn halt so auch noch nicht, in jungen Jahren. Exakt und als großen Antagonisten haben wir diesmal Doug Ray Scott als Sean Ambrose mit an Bord, ob er das gut macht und ob die Figur gut geschrieben ist, da kommen wir dann nachher noch zu. Ja, auf den Bewertungsportalen ist es hier beim zweiten tatsächlich ein bisschen in den Keller gegangen, also in der IMDb hat er eine 6,1 von 10, also da ist es einen ganzen Punkt runtergegangen, bei Letterboxd eine 2,9 von 5, also auch da unter der magischen Drei-Sterne-Grenze gelandet, hat auch ein bisschen mehr gekostet als der erste, 125 Millionen, hat aber immerhin 550 Millionen knapp eingenommen, also war auch ein wahnsinniger Erfolg, fast ein so großer Erfolg tatsächlich wie der erste. Ja, worum geht's in Mission Impossible 2? Der McGuffin des zweiten Teils ist der Chimera-Virus, der gestohlen wurde und natürlich wiedererlangt werden muss, weil es ein sehr gefährliches Virus ist, was potenziell die Menschheit auslöschen kann. Ja, damit Hunt das Virus findet, muss er eben mit einer D-Bin zusammenarbeiten, gespielt von Sandy Newton, da kommen wir dann nachher noch zu, wie wir das finden, dass die beiden zusammenarbeiten müssen und wie das inszeniert ist und großer Antagonist, ich hab's vorhin gesagt, Sean Ambrose, ehemaliger IMF-Agent, also tatsächlich jemand, der die Seiten gewechselt hat, also das, was Ethan im ersten Teil fälschlicherweise vorgeworfen wurde, der natürlich auch an das Virus kommen möchte und dementsprechend haben wir da eben, ja, den McGuffin, um den sich die zwei Parteien prügeln, wie in so gut wie jedem Mission Impossible Film. Ja, John Woo, ähm, mit Sicherheit, äh, ja, der größte oder einer der größten, in Anführungsstrichen, Streitpunkte des Films, weil er natürlich dem Film und damit auch dem, ja, da noch in den Kinderschuhen steckenden Franchise seinen Stempel aufgedrückt hat. Bist du generell Woo-Fan und bist du Fan von seinen Ausflügen nach Hollywood? Generell Woo-Fan, bei seinen Hollywood-Ausflügen bin ich so, da wird es wie gespalten, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also ich liebe Face-Off, ich finde Hart, äh, ja, Hart-Target sowieso, aber Broken Arrow beispielsweise finde ich auch noch sehr solide. Windtalkers müsste ich mal wieder re-watchen, aber den fand ich zumindest damals auch gar nicht so verkehrt. Da gibt es aber natürlich auch halt so Ausflüge wie Paycheck mit Ben Affleck, die er gemacht hat oder dann halt hier auch Mission Impossible 2. Aber da muss ich halt auch sagen, hat sich jetzt meine Meinung zu diesem Film über die Jahre auch so ein bisschen gewandelt, denn damals, als ich da als Teenager vorsahs mit meinem Vater, fand ich den eigentlich gar nicht so verkehrt. Wie haben denn da für dich so die US-Ausflüge abgeschnitten? Im Grunde ist es genauso, wie du gesagt hast. Also Killer und Bullet and That finde ich weltklasse. Dementsprechend, also an das Niveau ist er für mich in Hollywood nie rangekommen. Face-Off liebe ich allerdings auch sehr, könnte man auch mal in irgendeiner anderen Episode vielleicht drüber sprechen. Windtalkers fand ich auch sehr solide. Broken Arrow habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal geguckt und mich doch sehr über das CGI gewundert. Gut, eigentlich nicht, wenn man bedenkt, aus welcher Zeit der Film ist, aber Junge, was sieht das heutzutage Uncanny aus? Aber gut, aber ansonsten tatsächlich auch sehr, sehr solider Film. Ja, also da reiht sich Mission Impossible 2 finde ich schon eher hinten ein bei seinen US-Ausflügen, muss ich tatsächlich gestehen. Und bei mir ist es genauso wie bei dir. Ich habe den auch viel, viel stärker in Erinnerung gehabt. Hast du irgendwie eine Erklärung, woran das liegen kann? Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir ja damals, als der rauskam, also zumindest kann ich jetzt für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist. Ich habe das ja damals Hautnah miterlebt, wie er dann erst im Kino released worden ist. Ich habe ihn dann zwar erst im Heimkino gesehen, aber ich habe so damals diesen ganzen Hype um diese Kinoveröffentlichung habe ich in mich aufgesogen. Einmal natürlich, weil es dann hieß, ja, der ist von John Woo und John Woo ist die totale Action-Koryphäe und dann als Teenager sitzt er natürlich, er weiß eigentlich nicht, wer John Woo ist, aber saugst das natürlich auf und erzählst das halt überrum. Ja, John Woo, das ist ein total krasser Typ und das wird wirklich ein Action-Feuerwerk. Dann natürlich der Soundtrack mit Limp Bizkit und Metallica, der ist bei mir rauf und runter gelaufen, bis mein Vater irgendwann diese DVD mit nach Hause gebracht hat, habe ich wirklich diesen Mission Impossible 2 Soundtrack rauf und runter gehört. Und dann war ich halt wirklich so in diesem Hype drin, dass ich den Film komplett in mich aufgesogen habe und dann hat er natürlich auch ein paar ikonische Setpieces dabei, wie gerade so diese Anfangsszene, wie Tom Cruise dann Free Climber-mäßig sich durch die Bergketten bewegt, die Motorrad-Szene am Ende, die Szene mit dem Dolch, der fast im Auge landet. Und das ist dann irgendwie schon so damals cool inszeniert gewesen. Man kannte natürlich auch noch nicht so viel Action wie heute. Und jetzt so gerade mit dem Rückblick auf damals ein bisschen älter, ein bisschen reifer, ein bisschen erfahrener, ein bisschen mehr Filme gesehen, kann ich dann schon verstehen, warum da viele Sachen bei mir auch so ein bisschen abgebaut haben. Kann ich eigentlich alles unterschreiben. Also ich hatte auch hauptsächlich tatsächlich ja, I Disappear und Take a Look Around noch irgendwie im Hinterkopf. Ich wusste, dass die da irgendwie vorkommen. Und ja, finde ich auch beide bis heute großartig. Mein I Disappear, einer der letzten Songs mit Jason Eustadt, freue ich mich auch heute immer noch, wenn ich den irgendwo höre oder vielleicht auch mal live sehe oder sowas. Und vielleicht haben die das auch retrospektiv so ein bisschen eingefärbt, dass ich den ein bisschen besser in Erinnerung habe, als er jetzt tatsächlich war. Ja, und es gab ja auch noch dieses, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diesen Sketch mit Ben Stiller, wie er das Stunt-Double von Tom Cruise spielt. Das lief ja damals auch so ein bisschen rauf und runter. Das war auch damals auf der Making-of von der DVD drauf. Da hat dann Ben Stiller quasi sich so als Tom Cruise verkleidet und hat dann gesagt so, ja, ich mache eigentlich meine Stunts nicht wirklich selber. Das ist mein Stunt-Double. Und dann haben sie sich halt so hingesetzt und da meinte Ben Stiller dann halt so, ja, wir sind schon so dicke, wir sind fast wie Zwillinge. Wir beenden schon fast gegenseitig unsere Sätze. Und Tom Cruise meinte so, ja, ich glaube nicht, dass wir gegenseitig und dann Ben Stiller unsere Sätze beenden. Und dann fangen sie halt an zu lachen und machen da Späßchen. Und das hat halt für mich auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich diesen Film damals ultra sympathisch fand. Also gerade auch dann, wie wir eben auch schon sagten, mit dem Soundtrack dabei. Es war halt alles irgendwie cool. Ja, wenn der Sketch im Bonusmaterial besser als der Film ist. Naja, so weit will ich vielleicht nicht gehen. Ja, gehen wir doch mal ein bisschen auf die Suche, weswegen er gerade im Vergleich zu den anderen Filmen des Franchises bei uns so ein bisschen abfällt. Also was ich gelesen habe, ist, dass Wu's erste Schnittfassung von Mission Impossible 2 dreieinhalb Stunden lang war. Nun wissen wir, das ist nicht unbedingt was Besonderes. Oft sind die ersten Rohfassungen, Schnittfassungen von Filmen sehr viel länger, bis dann das Studio kommt und sagt, du, 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 mach mal deinen Film kürzer, den guckt sonst keiner. Hat dir Paramount auch gemacht, hat gesagt, mach den mal besser auf zwei Stunden. Und vielleicht ist das einer der Gründe. Findest du, man merkt dem Film anders, wo hier eigentlich viel, viel mehr erzählen wollte und dann im Endeffekt nicht durfte? Ich weiß es nicht so recht. Also ich kann mir halt eher vorstellen, dass halt eher die Action-Szenen rausgeflogen sind oder brutalere Szenen, die rausgeflogen sind, weil für mich macht der Film halt nicht den Eindruck, als wenn da irgendwelche erzählerischen Passagen fehlen würden, die mir jetzt irgendwie noch größere Background-Geschichten erzählen würden oder den Charakteren mehr Tiefe geben. Denn ich erinnere mich da vor allen Dingen auch in diese Szene auf der Pferderinbahn, die so unglaublich lange dauert und so absolut nichtssagend und langweilig ist. Und es ist halt, es gibt halt sehr viele Szenen in diesem Film, die halt irgendwie einen gewissen Leerlauf haben, eine gewisse Langweile, wo nichts passiert. Und wenn ich mir dann halt denke, aber was hätte er dann halt in diesen 1,5 Stunden zusätzlich noch erzählt? Das kann ja dann halt, wenn eher nur eine erweiterte Action-Szene sein oder eine brutalere Action-Szene. Von daher weiß ich jetzt halt nicht, ob das erzählerisch ein besseres Produkt geworden wäre. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das action-technisch vielleicht dann doch nochmal ein Stück mehr gewesen wäre. Ja, es wird oft behauptet, dass diese extensiven Schnitte dazu geführt haben, dass es der Film mehr Plot-Holes, Logiklöcher hat. Ich achte sehr selten tatsächlich auf sowas, gerade in dem Film wie Mission Impossible. Da ist mir das eigentlich auch fast egal. Aber ich glaube es auch, dass es so ist, wie du gesagt hast, dass da viel von der Action und viel vielleicht von Brutalität rausgecuttet wurde. Weil ich meine, wenn man sich The Killer, Bullet in the Head und Co. anguckt, da hat Wu ja schon immer ganz gerne das Gore-Rädchen bis auf Anschlag gedreht. Und vielleicht wollte er das hier auch. Das würde zumindest erklären. Der Film hatte ursprünglich auch ein R-Rating. Und das wurde dann eben durch die Schnitte dann zu einem PG-13-Ranking, weil man natürlich auch wollte, dass der Film von mehr Personen im Kino geguckt werden kann. Was ja bei so einem Franchise. Und da wurde, denke ich, schon klar, dass es ein Franchise wird, durchaus auch nachvollziehbar ist. Genau. Gerade wenn der erste so ein Erfolg war und man natürlich da auch wieder die breite Masse ansprechen wollte. Ja, du hast es vorhin gesagt, dass es vielleicht auch die heutigen Sehgewohnheiten oder die persönliche Weiterentwicklung so ein bisschen ist, weswegen der Film bei uns verloren hat. Weil er ja vor allen Dingen mit seiner weiblichen Hauptrolle Sandy Newton, die eben Nia spielt, ja doch ein bisschen schwierig umgeht, oder? Ja, das ist irgendwie so ein reiner Male-Gaze. Also sie versucht natürlich, oder Wu versucht natürlich, sie irgendwie ein bisschen tough zu inszenieren. Gerade zu Beginn ist ja eine Diebin, die versucht, ein sehr wertvolles Collier zu stehlen. Und da wird sie auch schon so ein bisschen als sehr durchtrieben und sehr tough dargestellt. Aber spätestens in dieser Autoverfolgungsjagd, wenn Ethan sie dann stellt und sie dann aufgibt und sich ihm an den Hals wirft und ihn küsst, da ist dann halt wirklich so klar, wohin die Reise geht. Dann ist sie halt wirklich nur noch ein Schoßhönnchen für Männer in diesem Film. Und gerade die Szene, wenn Ethan sie in dem Haus stellt, wenn sie gerade dieses Collier stehlen möchte, dann sagt sie ja halt wirklich nur so ein bisschen dominant, ja, ich würde aber gerne oben liegen und setzt sich halt in der Badewanne auf ihn. Und dann siehst du halt diesen Shot von oben tief in ihr Dekolleté rein. Und unten liegt nur Tom Cruise, der sie lüsternd irgendwie angrinst. Und ich finde, das setzt sich halt auch in Ethan's Charakter fort. Wir haben ja eben schon gesagt, er war halt im ersten Teil noch so ein bisschen dieser jugendliche oder jugendlich wirkende Agent, der auch nur so ein bisschen naiv war, nach den Regeln gespielt hat. Und hier ist er halt wirklich nur so ein, weiß nicht, so ein horny, durchgängig lüsternder Typ, der fast gottgleich durch die Gegend läuft, alles schafft, sich überall hochziehen kann, jede Mission erledigt, immer dem Tod von der Schippe springt. Und das wirkt halt wirklich wie so ein, was man Tom Cruise halt immer so andichtet, dieses große Ego, diesen Komplex, sich selbst darstellen zu müssen, sich selbst präsentieren zu müssen. Das hat hier, glaube ich, auch schon so ein bisschen so diese Hochphase gefunden. Das stimmt, ja. Aber das, was du gesagt hast, finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ist so das Einzige, weswegen ich sage, dass ich das ein bisschen verstehe, dass das im Film so ist, wie es ist, wenn das auf den allgemeinen oder ganz großen Charakter-Arc von Ethan Hunt einzahlen soll. Dass er eben am Anfang noch so der unbedarfte Agent ist, dem alles gelingt, der immer voranprescht, der dann eben hier auch ja quasi sich besser vorkommt als alle anderen eben auch, besser oder schlauer, smarter, wie auch immer, als die große weibliche Hauptfigur. Und das ist ja etwas, was er dann in drei und in vier so ein bisschen abstreift. Da werden ja so ein paar andere Figuren noch eingefügt und Verbindungen zwischen Ethan und den Figuren, die das dann so ein bisschen oder die so ein bisschen vielleicht seine Reife zeigen, die Reife der Figur. Das stimmt. Das ist aber auch das Einzige. Ansonsten finde ich den, also gerade diese Szene, ich meine diese Autoverfolgungsjagd von den beiden, wo die dann Tür an Tür da gen Abgrund driften und das noch in Wu-typischer Zeitlupe inszeniert, wo sie sich da anschmachten. Also da war ich schon kurz davor vorzuspulen, weil das ist ja wirklich unerträglich. Und wie du sagtest, diese Szenen dauern auch alle so ewig. Genau. Das ist halt die ersten 30 Minuten wirklich nur Gebalze. Also da ist ja dann diese Flamenco-Szene in dem Haus und ich verstehe, was Wu da machen wollte. Er wollte ja erst diese Flamenco-Szene, hat er ja gezeigt, wie die beiden so umeinander herumtänzeln. Du siehst ja immer diese Zwischenschnitte mit der Tänzerin, dann siehst du sie auf der einen Seite, ihn auf der anderen Seite und sie umkreisen sich halt so ein bisschen wie Katz und Maus. Und das wollte er mit dieser Autoverfolgungsjagd eben kompletieren, dass sie diesen Tanz, den sie eben auf dem Flamenco-Parkett aufgeführt haben, dann auch quasi mit den Autos in der Verfolgung so ein bisschen vollziehen. Aber das ist halt in dem Sinne dann auch irgendwie schon so wieder so ein bisschen zu klischeehaft. Und die Frauendarstellung, die zieht sich ja auch so ein bisschen fort. Gerade wie Ambrose über sie redet und dann hast du ja noch Ethan's Chef, der von Anthony Hopkins gespielt wird. Der gibt ja auch irgendwie so ein paar Kommentare ab wie, na Frauen haben es halt nicht anders verdient oder Frauen sind halt so, die werfen sich halt an den nächstbesten ran und sind nur auf ihren Vorteil aus. Also jede Figur haut da Sätze raus, wo ich denke so, ihr habt nicht das beste Bild von Frauen, was hier gerade präsentiert wird. Das stimmt, ja. Und ich meine, der Film ist aus dem Jahr 2000. Da tut man sich langsam auch schwer, den dann als Kind seiner Zeit zu bezeichnen. Das machen wir ja manchmal ganz gerne, gerade wenn ich an ein paar Episoden von unserem hier im Horrorformat denke, wenn es dann um 80er Slasher oder sowas geht, die natürlich auch oft ein sehr schwieriges Frauenbild aufzeichnen. Dann ist das ja oft was, was man dann so entgegenwirft, dass das ein Kind seiner Zeit ist und dass man das eben aus der Perspektive von damals sehen soll und sowas. Und da tue ich mir hier bei einem Film aus dem Jahr 2000 schon echt ein bisschen schwer. Richtig. Das war so in den 80ern und 90ern, wenn du halt diese Macho-Action-Filme hattest mit viel Testosteron, da wäre ich da auch noch mitgegangen. Aber wenn du jetzt einen Even Hunt mit einem Schwarzenegger damals vergleichst, ist das ja auch schon, also nichts gegen Tom Cruise, der da super durchtrainiert wird, aber es ist halt trotzdem die Lauch-Version eines 80er-Jahre-Action-Helden. Und da bist du dann wirklich aus der Zeit raus, wo du sagst, ja, das ist Testosteron-getriebene Action. Das ist da okay, wenn da mit Frauenrollen oder Frauenfiguren so umgegangen wird. Dann hoffen wir mal, dass Tom Cruise den Podcast nicht hört. Lauch-Version von Arnold Schwarzenegger. Da kommt es hier vorbei, ja. Sehr schön. Findest du denn auch, dass Mission Impossible 2 eine Lauch-Version von einem John-Woo-Film ist? Ja, eine Lauch-Version nicht, aber er wirkt halt tatsächlich irgendwie zwischendurch wie eine Parodie, weil John-Woo viele so seiner ikonischen Action-Pieces drin hat. Du hast es ja eben schon gesagt, die Zeitlupen, auch wenn Ethan im, im Feuerwerk explodierender Server von links nach rechts springt und in Zeitlupe die Knarren zückt und in bester Max Payne-Manier rumballert. Das sind halt so Sachen, die du von Wu gewöhnt bist, die du feierst. Aber es wirkt halt irgendwie alles so, als wenn Wu sich selbst kopiert und nicht wie das Original. Und das fand ich halt so ein bisschen schade beim Rewatch. Ich habe ja auch eine Szene rumgeschickt, wie Ethan mit dem Motorrad über einen Zaun springt. Und selbst in normaler Geschwindigkeit habe ich gesehen, dieses Motorrad gleitet irgendwie durch die Luft. Also es ist jetzt nicht so, dass er mit dem Motorrad frontal irgendwie auf den Asphalt kracht und dann weiterfährt, sondern dieses Motorrad gleitet durch die Luft und setzt dann ganz sanft auf. Und ich habe mir das irgendwie fünfmal angeguckt und dachte so, war das damals sehr in Ernst? Das ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Und ich glaube, sowas würde Tom Cruise aus heutiger Sicht auch komplett anders machen. Und das wirkt alles irgendwie so ein bisschen wie Wu mit angezogener Handbremse. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ich glaube, du hast da auch irgendwie so einen ähnlichen Fact zugelesen, oder? Genau, ja. Also ich glaube, das ist auch genau so, dass das Wu mit angezogener Handbremse ist. Weil du hast gerade gesagt, diese Motorrad-Szene, mir ist das tatsächlich gar nicht aufgefallen. Erst als du das GIF in die Runde geschickt hast, ist es mir aufgefallen. Das wirkt ja fast so ein bisschen wie so Wirework in irgendwelchen Wuchsia-Filmen oder so. Genau, ja. Das ist als wäre Tom Cruise eine Hexe auf dem fliegenden Besen, die da irgendwie so vorbeigeritten kommt. Du hast nur noch so ein Giggeln drunter. Ja, das stimmt. Du hast vorhin gesagt, Tom Cruise inszeniert sich gerne selber, zahlt ja auch so ein bisschen darauf ein, dass er gerne seine Stunts selber macht. Das hat ja hier schon angefangen. Da gab es offensichtlich auch viele Streitgespräche am Set bei den Dreharbeiten zwischen Wu und Cruise, wo Wu gesagt hat, du kannst das doch jetzt nicht machen. Lass doch deine Stunt-Double machen. Das ist doch viel zu gefährlich. Aber im Endeffekt heißt es, glaube ich, hat er grob 95 Prozent seiner Stunts selber gemacht. Und das ist ja bis heute so ein großes Trademark seiner Filme. Also diese handgemachte Action. Ob er jetzt selber die Stunts macht oder ob es die echten Düsenjäger in Top Gun sind oder sowas. Findest du das? Merkt man den Action-Sequenzen an, dass da tatsächlich Tom Cruise ist und nicht irgendein Stunt-Double? Ja, ich finde schon. Also sie sind natürlich, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, so ein bisschen mit angezogenen Handbremsen. Und du merkst halt, dass zwischendurch alles so ein bisschen clunky ist, also nicht so ganz flüssig wirkt. Aber ich finde schon, dass man hier merkt, dass Tom Cruise da auch einfach wirklich Spaß dran hat und so langsam so diese Stunt-Action für sich entdeckt. Ich glaube, in Mission Impossible hat er auch schon viele Stunts selber gemacht. Aber hier wächst er so langsam rein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man mit den nächsten Teilen immer mitverfolgen kann, wenn man immer sieht, hier kommt was Praktisches hinzu. Hier kommt nochmal Tom Cruise, wie er selber irgendwas versucht. Und hinterher hast du ja wirklich das Gefühl, in späteren Teilen Tom Cruise bringt irgendwelche Action-Szenen nur rein, weil er sagt so, ich habe jetzt mal Bock, ein Helikopter zu fliegen. Ich habe jetzt mal Bock, dafür bezahlt zu werden, ein Düsenjet zu fliegen oder mich an ein Flugzeug zu tackern und am Außenborder mitzufliegen. Solche Sachen. Und das kommt hier, wie ich finde, halt schon schön zur Geltung, auch wenn es natürlich noch nicht das Ausmaß erreicht hat, was wir jetzt in den kommenden Mission Impossible sehen werden. Ja, absolut. Ja, und die angezogenen Handbremsen halt auch wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, dass er eben ursprünglich mal ein R-Rating auf ein R-Rating gezielt hatte und es dann doch ein PG-13-Rating geworden ist. Und gerade wenn man dann die, in Anführungsstrichen, alten Wu-Filme wie den 89er The Killer oder eben auch Bullet in the Head oder sowas gesehen hat, dann weiß man schon, dass wenn man Wu machen lässt, dann geht er da auch in die Vollen. Und das konnte er hier halt schlicht nicht. Und ich finde auch, das merkt man im Film einfach an. Genau. Und es sind halt so ein paar Szenen dabei, die das Potenzial haben, richtig cool zu sein, die aber dann trotzdem irgendwie unfreiwillig komisch wirken. Ich weiß nicht, ob es jetzt meine heutige Perspektive ist. Ich glaube, damals fand ich das auch wesentlich cooler. Also gerade so diese, als die beiden Motorräder aufeinander zufahren, wie sie dann in die Luft springen und sich so Matrix-mäßig verkeilen oder wie halt Tom Cruise durch die brennende Tür geht und dann kommt diese CGI-Taube da reingeflogen, die auch noch leuchtet. Das war halt irgendwie so ein bisschen zu pathetisch. Auf der anderen Seite hast du aber wirklich auch coole Momente, wie die Szene, als Ethan im Sand liegt und Ambrose versucht, ihm das Messer ins Auge zu rammen. Und da haben sie ja tatsächlich ein echtes Messer genommen und Tom Cruise lag wirklich dann da drunter. Und du siehst ja auch, wie dieses Messer so ein bisschen in seinen Wimpern rumklimpert und tatsächlich wirklich nur so einen halben Zentimeter von seinem Auge entfernt ist. Ich glaube, das haben sie damals so gemacht, dass sie ein Seil gespannt haben. Und zwar so, dass du dann wirklich nur diesen minimalen Platz hast. Und Doug Ray Scott hat dann wirklich dieses Messer auf ihn zugerammt, bis dieses Seil spannt. Und Tom Cruise hat einfach nur gedacht, bitte lass das Seil nicht reißen, bitte lass das Seil nicht reißen. Und solche Momente, die werten das dann doch schon ein bisschen auf. Aber es gibt halt auch genug andere Passagen oder Sequenzen, wo es dann doch irgendwie wieder so ein bisschen zu viel zu drüber ist. Ja, ich finde, das fasst es echt ganz gut zusammen. Also gerade so in dem Finale scheint da schon ein bisschen mehr Wu durch. Aber ja, im Grunde ist es, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen mit angezogener Handbremse. Und ich weiß auch nicht, ob der Stil von John Wu, selbst wenn er ihn hier komplett hätte ausleben können, jetzt retrospektiv so gut zur Reihe gepasst hätte. Klar, das ist aus der heutigen Perspektive leicht zu sagen, weil wir kennen noch ja zumindest mal vier andere Filme der Reihe. Aber ich glaube auch schon aus der damaligen Perspektive wäre ein John Wu auf Anschlag schon definitiv ein Shift zu Brian De Palma gewesen. Aber vielleicht war das auch die Intention hinter der Reihe, dass das vielleicht so was ist, dass man Ethan oder Tom Cruise als Centerpiece hat und das IMF und eine Agentengeschichte und das dann eben den Regisseuren einfach freie Hand lässt, in welche Richtung sie den Film drücken. Genau. Wäre auf jeden Fall auch keine verkehrte Idee gewesen, weil wir bemängeln ja heutzutage schon sehr, sehr oft, dass Dinge nur nach Schema F funktionieren und es einfach Filme gibt, die viel zu sehr nach der gleichen Formel arbeiten. Von daher, das, was ich dem Film am wenigsten vorwerfen kann, ist, dass er im Vergleich zum ersten Teil halt was Neues versucht hat und versucht, eine ganz andere Nummer zu sein. Genau. Und wenn wir nachher zum dritten Teil kommen, da sitzt ja jemand auf dem Regiestuhl, der schon gezeigt hat, dass er große Franchises in die richtige Richtung drücken kann, oder? Hör auf, mich zu provozieren. Ja, ich glaube, du hast es durchklingen lassen. Ambrose als Antagonist, also Dug Ray Scott in seiner Rolle als Sean Ambrose, hat für dich nicht so gut funktioniert, ne? Nee. Also damals in der deutschen Fassung sogar noch ein bisschen besser, aber ich fand ihn jetzt schauspielerisch im Originalton nicht sehr gut und ich finde ihn halt, also es klingt jetzt doof, aber ich finde ihn halt nicht wirklich sympathisch und gute Antagonisten müssen für mich halt so ein gewisses Charisma mitbringen, dass du so, also wirklich so in diesen Fängen von ihnen gerätst, dass du dir denkst, so auf der einen Seite bist du ein echt ziemlich krasses Arschloch, aber auf der anderen Seite finde ich das auch irgendwie auf eine mobile Art und Weise cool, was du machst. Und das haben halt spätere Antagonisten halt schon so ein bisschen und er war halt die ganze Zeit wirklich so ein Dulli, der es nicht geschissen kriegt, der seine Freundin verloren hat, die er jetzt irgendwie zurückbekommen muss und die er dann scheiße behandelt. Es wird irgendwie nicht ganz klar, ja klar, er will jetzt Kohle verdienen mit diesem Virus, aber warum er das alles macht, der hat dann noch irgendwie seinen Handlanger, der von Richard, war das? Nee, Richard Roxborough war das nicht, ne? Wer war das? Doch, Richard Roxborough war das, genau. Der spielt halt auch nicht wirklich gut und die Dynamik der zwei ist auch irgendwie eine ganz komische, die wirken wie beste Freunde und auf einmal schneidet er eben trotzdem den Finger ab. Also ganz komisch, ganz weird, die zwei zusammen und deswegen hat das für mich halt so überhaupt nicht funktioniert, weder schauspielerisch noch, dass ich ihn auf irgendeine Art und Weise charismatisch fand. Ja, also ein unsympathischer, reicher Sack, der einfach noch reicher werden will, ne? Heutzutage kauft man dafür Twitter, damals hat man nicht mehr als Virus gestorben. Genau, genau. Nee, äh, geh ich mit, absolut. Also wir kommen nachher ja noch zu so ein paar Kategorien, äh, da geht's dann auch um unseren liebsten oder weniger liebsten, wenigsten liebsten Antagonisten und da ist Sean Ambrose bei mir auch, zumindest bei der zweiten Kategorie, ganz vorne mit dabei. Ja, sollen wir zu Teil 3 oder hast du noch was für Teil 2 auf dem Zettel? Nö, ich glaube, wir haben da soweit alles behandelt, wir wollen ja jetzt auch nicht zu negativ sein. Ich bin immer noch bei zwei Sternen rausgekommen von 5, aber genau, ich finde, da haben wir schon alles besprochen, was es da zu besprechen gibt. Ja, finde ich auch. Also ich bin bei 2,5 rausgekommen, weil ich noch so ein bisschen die Einfärbung von meiner positiven Rezeption von damals hatte. Ähm, ja, aber im Grunde sind wir uns da, denke ich, sehr einig, was den Film angeht. Mhm. Okay, dann kommen wir zu Teil 3, Mission Impossible 3 aus dem Jahr 2006, inszeniert von J.J. Abrams, wer hätte es gedacht? Der gute Mann hat uns Episode 7 und Episode 9 geliefert, hat Super 8 inszeniert und ist hauptverantwortlich für das Star Trek Reboot. Jetzt weiß ich gar nicht, aus welchem dieser zumindest Episode 7 und 9 oder dem Star Trek Reboot deine Aussage mit dem Provozieren kam, vermutlich aus beidem. Ja, so ein bisschen, ja. Genau. Ja, jedenfalls saß er hier auf dem Regiestuhl, also dritter Film vom dritten Regisseur. Konstante natürlich, Tom Cruise als Ethan Hunt, wer hätte es gedacht? Und hier haben wir Philip Seymour Hoffman als Owen Davian, der hier der Antagonist ist. Wir haben natürlich wieder Wing Reigns als Luther Stickle mit an Bord und unter anderem auch noch Michelle Monaghan als Julia Maid. Ja, wenn wir auf die Bewertungsportale gucken, dann geht es hier schon wieder ein ganzes Stückchen nach oben im Vergleich zum zweiten. In der IMDb ist es eine 6,9 von 10 und auf Letterboxd eine 3,5 von 5. Ja, der Film hat noch ein bisschen mehr gekostet tatsächlich als der zweite, nämlich 150 Millionen Dollar und hat noch immer sehr, sehr ordentlich eingespielt tatsächlich, auch wenn er nicht mehr ganz an den Erfolg des zweiten anknüpfen konnte, nämlich knapp 400 Millionen. Also trotzdem, wenn man die Werbungskosten noch oben drauf setzt, ein Erfolg am Box-Office. Ja, worum geht es in Mission Impossible 3? Ethan Hunt hat eigentlich keinen Bock mehr, hat sich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen, macht Urlaub, führt ein ruhiges Leben mit seiner Verlobten Julia, eben gespielt von Michelle Monaghan und Julia wird entführt. Natürlich, ne, Ethan bleibt natürlich nicht im Ruhestand, ansonsten gäbe es keinen dritten Teil. Ähm, ja, und Ethan muss eben, um Julia zurückzubekommen, gegen Owen Davian antreten, also er muss den Waffenhändler Owen Davian aufhalten, eben gespielt, ich habe es vorhin gesagt, von Philip Seymour Hoffman. Ähm, und hier ist es tatsächlich auch so, wie in den ersten beiden Teilen auch schon, hier noch ein bisschen, ein bisschen auf Anschlag gedreht, später ja auch, dass ihn hier der Film um die halbe Welt jagt, quasi, damit er eben Julia retten kann. Ja, ähm, J.J. Abrams, ne, ich habe es vorhin gesagt, ähm, wahrscheinlich magst du nicht alle Filme von ihm, oder? Was ist so generell deine, oder wie findest du ihn generell als Filmemacher? Fangen wir mal so an. Also es gibt ja so diese berühmten Phasen der Trennung, ne? Ich kriege sie jetzt nicht mehr alle zusammen, aber da hast du ja sowas wie Wut, Verzweiflung, Denial und solche Sachen. Und ich bin damals wirklich so als J.J. Abrams Fanboy gestartet. Er hat ja Alias die Serie geschrieben, er hat Lost gemacht, er hat Fringe gemacht, zumindest war er so als Co-Autor mit dabei. Und irgendwann hat er sich dann dazu entschieden, äh, ich steige jetzt Filmbusiness ein und Mission Impossible 3, da werde ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber war ein wirklich schöner erster Eintrag in seiner Filmografie. Und irgendwann hat er sich dann ja entschlossen, ich vergreife mich jetzt an Science-Fiction-Franchises. Und ich habe so, so sehr damals auf einen neuen Star-Trek-Film hingefiebert, weil nach dem letzten Star-Trek-Next-Generation-Film und nach den diversen Absetzungen von Star-Trek-Serien war ja eine lange Zeit Pause und ich habe dann als großer Treggie gedacht, endlich kommt wieder was. Und Star-Trek 9, äh, Star-Trek 9, sag ich schon, den neuen Star-Trek von 2009, den fand ich damals im Kino eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich habe immer gemerkt, so irgendwas stimmt da noch nicht, weil da waren immer so komische Referenzen an Star-Wars drin, wo ich dann dachte, J.D., hast du dich irgendwie im Franchise vertan, wolltest du irgendwie einen Star-Wars-Film machen? Und das fand ich damals so ein bisschen, ein bisschen komisch. Und dann kam halt Star-Trek Into Darkness, wo er eigentlich Star-Trek 2, der Zorn ist Kahn, nochmal nachgedreht hat, so ein bisschen, mit einem, zwar mit diversen anderen Twists, aber es war eigentlich die Geschichte von damals. Und dann hat sich das mit Star-Trek, äh, Star-Trek sag ich schon, mit Star Wars, äh, Episode 7, Erwachende Macht, hat sich das dann fortgesetzt. Und dann hat er da eigentlich nochmal Episode 4 komplett nacherzählt und den gleichen Film mit teilweise den gleichen Dialogen nochmal auf die Leinenwand gebracht. Und da habe ich dann gedacht so, nee, das will ich von dir nicht sehen. Ich habe halt gedacht, du machst dann sowas Cooles wie Mission Impossible 3 oder wie mit deinen Serien, dass du den alten Franchises irgendwie noch einen neuen Anstrich gibst. Und er ist dann aber irgendwann hingegangen und hat sich dazu entschieden, einfach Sachen von damals zu kopieren und sie nochmal neu aufzuwärmen und halt mit Lensflares zu versehen. Das ist ja das, was jeder zu J.D. Abraham sagt, das ist doch der Typ mit dem Apple-Look und den Lensflares. Ja, und über Star Wars Episode 9 müssen wir, glaube ich, nicht viel erzählen. Da können wir den Mantel des Schweigens drüber ausbreiten, obwohl man ihm da ja sagen muss, er hatte halt die undankbare Aufgabe, dass es keinen Plan für diese Trilogie gab und dass man irgendwann gesagt hat, ja, das, was Rian Johnson gemacht hat, fanden wir jetzt doch nicht so geil. Komm, du machst jetzt nochmal den letzten. Wir haben zwar keine Idee, wie er ausgehen soll, aber denk dir was aus. Und dann hat er sich dazu entschieden, Episode 6 nochmal komplett nachzuerzählen. Somehow Palpatine Returns, sage ich da nur. Und deswegen steht er bei mir aktuell nicht hoch im Kurs, aber ich muss zugeben, Mission Impossible 3, der begeistert mich heute immer noch. Da hast du aber jetzt einen sehr schönen Bogen wieder zurückgeschlagen. Ja. Wunderbar. Wir müssen auch wieder positiv aus der Sache raus. Ich will ja hier nicht als J.J. Hasser in die Geschichte eingehen. Ja, wir wollen da ja auch gar nicht zu viel drüber diskutieren. Ich bin ja gar nicht so ein kleiner Fan der aktuellsten Star-Wars-Trilogie. Das Star-Trek-Reboot, ja. Ich glaube, du bist da sowieso viel mehr investiert, was Star-Trek angeht, als ich. Und aus der Warte kann ich das dann schon verstehen. Also J.J. Abrams glänzt für mich als Produzent, gerade aus dem Serienkosmos. Da hat er ja ganz viele Sachen, ganz viele coole Sachen gemacht. Macht er ja bis heute. Aber ja, auf dem Regiestuhl weiß ich nicht. Da ist es vielleicht schon nach denen, es waren ja glaube ich jetzt in Summe nur fünf Filme, ist vielleicht auch sein Stil schon ein bisschen auserzählt. Ja. Aber wie du halt sagtest mit seiner Produktionsfirma Bad Robot, hat er ja auch so Sachen wie Cloverfield und Hank Cloverfield Lane an den Start gebracht, über die wir schon gesprochen haben. Und da ist er auch wirklich viel unterwegs und gibt auch jungen Filmemacherinnen und Filmemachern Chancen, ihre Ideen zu verwirklichen. Von daher wollen wir da auch nicht zu negativ sein. Da ist er auf jeden Fall auf der Produzentenseite bei uns wieder im Kurs. Absolut. Ich meine mit so zeitlosen Klassikern wie Cowboys and Aliens und sowas. Naja. Okay. Naja gut. Aber wir haben ja zumindest einen Namen hier noch im Cast, auf den wir uns denke ich einigen können. Das ist einer der ganz Großen, der Zunft, ja man muss leider sagen, war nämlich Philip Seymour Hoffman, oder? Ja, auf jeden Fall. Der liebe Kenan aus der Redaktion hat mich heute auch nochmal darauf hingewiesen, dass Philip Seymour Hoffman jetzt vor knapp zehn Jahren verstorben ist. So lange ist das wirklich schon her. Und es wiegt immer noch schwer, weil er war wirklich ein herausragender Schauspieler. Nicht nur in Filmen wie jetzt Mission Impossible, sondern auch in Komödien. Ich musste direkt an dann und dann kam Polly denken, als er da den komischen Freund von Ben Stiller gespielt hat, der dann auf der Party sagt, wir müssen gehen. Ich habe geschurzt. Und wenn es fragt, was das sein soll und er sagt, ja, ich wollte furzen und habe dann gekackt, geschurzt. Wir müssen los. Und einfach so Szenen, für die ist er mir schon im Gedächtnis geblieben und dann natürlich für so herausragende Rollen wie jetzt in Mission Impossible 3. Ja, absolut. Und er hat hier auch der Figur des Owen Davian auf jeden Fall seinen Stempel aufgedrückt. Ich denke, darauf können wir uns schon mal einigen. Ja, wir haben hier einen anderen Schauspieler und eben auch eine andere Figur, die Einzug ins Franchise hält, nämlich Benji, gespielt von Simon Peck. Den kennt man natürlich aus, ja, zig Sachen. Ich glaube, das bekannteste wird Shaun of the Dead sein, schätze ich mal. Und Benji ist ja so ein bisschen, also erst mal jetzt das dritte feste Teammitglied neben Ethan und Luther. Und so ein bisschen das Comic Relief der ganzen Reihe, der Techie, der immer so ein bisschen nerdig da, so ein bisschen witzig das Ganze auflockert. Ursprünglich habe ich gelesen, war Ricky Gervais für die Rolle vorgesehen. Der hätte die wahrscheinlich ein bisschen anders zumindest interpretiert, oder? Das denke ich auch. Denn wir haben ja jetzt hier einen Benji, der so ein bisschen devot und schusselig ist. Und ich glaube, Ricky Gervais hätte die Rolle wesentlich offensiver gespielt und da eher auf den Tisch gehauen, anstatt sich da was sagen zu lassen. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass Simon Peck hinterher geworden ist. So sehr ich Ricky Gervais auch mag, aber so diese schusselige Rolle des Benji finde ich eigentlich passender. Ja, da gehe ich mit. Ja, das Opening ist etwas, denke ich, worüber wir sprechen sollten, weil das ja so ein bisschen Foreshadowing ist. Also das zeigt eine Szene und dann springt der Film quasi erst mal für eine ganze Zeit lang in die Vorgeschichte zu dieser Szene. Und wir sehen auch direkt, dass eben Owen Davian, sprich Philip Seymour Hoffman, der Antagonist des Films ist. Wie hat dir das Opening getaugt? Das ist für mich tatsächlich eines der besten Openings sämtlicher Agentenfilme da draußen. Also ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber auf jeden Fall gehört es zu den Besten. Denn gerade wenn du aus Mission Impossible 2 rauskommst, aus dieser Tom Cruise ist der gottgleiche Ethan Hunt, dem alles gelingt. Und das Erste, was du von ihm siehst, ist, wie er blutend an einem Stuhl gefesselt da sitzt und jemand anderem dabei zusieht, wie er die Knarre auf seine Freundin richtet und einfach sagt so, ich 10 bis 10, wenn du mir nicht sagst, was ich wissen will, dann erschieße ich sie. Und er versucht sich da halt rauszuwinden, so mit all seiner Erfahrung, mit seinem Charme, versucht ihn auf eine falsche Fährte zu locken. Und du merkst halt, es funktioniert nicht. Dieser Ethan Hunt, den du aus Teil 2 kanntest, dieser Typ, der von allem eine Ahnung hat und auf alles eine Antwort hat, der sitzt da und hat keine Antwort. Und er weiß nicht, wie er da rauskommt. Und das ist so der große Haken, der einen an diesen Film fesselt, direkt von Anfang an. Abgesehen davon, dass es einfach großartig gespielt ist von Philip Seymour Hoffman, wie er da steht. Er macht ja nicht mehr als zählen. Aber so wie er zählt, diese Mimik. Und du merkst, er meint das todernst, er spielt nicht nur, er drückt ab, wenn er bei 10 ist. Und das ist halt wirklich, das jagt mir jedes Mal eine Gänsehaut auf die Arme und ein Schauer über den Rücken. Ja, unterschreibe ich. Da gilt ja auch allgemein als der düsterste der zumindest ersten vier Filme. Das zieht sich auch ein bisschen durch den Film. Wir kommen hinterher noch zu einer Szene, die mir nachhaltig in Erinnerung bleibt. Findest du, dieser Anstrich steht der Reihe allgemein? Also hättest du dir gewünscht, vielleicht auch schon mit dem Wissen, was du heute hast, über die ersten sechs Filme, dass das so dark bleibt? Oder findest du Comic Relief, eben wie es jetzt mit Benji reinkommt, der natürlich in den folgenden Teilen noch deutlich präsenter wird, braucht die Reihe? Also ich finde, die späteren Filme haben da eigentlich eine ganz gute Mischung gefunden. Ich mag generell, wenn es ein bisschen düsterer ist. Benji hat natürlich hier so die eine oder andere Humorspitze, aber es bleibt dann auch dabei. Deswegen finde ich eigentlich so, die späteren Filme haben da die ganz gute Mitte gefunden, aus jetzt einem sehr ernsten Mission Impossible 3 und einem irgendwie überdrehten Mission Impossible 2. Von daher, ich mag aber auch diesen etwas kühleren Anstrich, den Abrahams hier gewählt hat. Diese etwas düstere Version mag ich dann schon sehr, gerade wenn man eben, wie gesagt, aus diesem Teil 2 kommt, der für mich persönlich nicht mehr so gut gealtert ist. Und dann halt hier so die volle Breitseite, Düsternis und Agenten-Action erhält. Ja, finde ich auch. Ich finde mit Teil 4, zu dem wir nachher noch kommen, hat die Reihe so ihre Stimmung, ihre Atmo gefunden und so ein bisschen die Balance. Ja. Genau. Wie findest du generell, dass eben Ethan, wir haben es ja vorhin gesagt, jetzt haben wir hier Michelle Monaghan als Julia, die wird uns ja dann auch noch ein bisschen begleiten, wird direkt in der Öffnungssequenz schon bedroht von Philip Seymour Hoffman und eben, ja, wir wissen es da noch nicht so richtig, aber vermeintlich erschossen tatsächlich. Und wir merken ja schon in der Öffnungssequenz, dass Ethan da eine sehr innige Beziehung offensichtlich zu Julia hat und damit so ein bisschen auch Fallhöhe reinkommt. Du hast es vorhin so schön gesagt, gerade im Vergleich zum zweiten Film, als er quasi so der, ja, gefühlt Halodri Hans Dampf in allen Gassen ist. Und hier scheint er jetzt einen Menschen gefunden zu haben, der ihm tatsächlich sehr, sehr viel bedeutet. Funktioniert das für dich hier in dem Film? Auf jeden Fall, weil wir ihn ja auch nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Wir lernen ihn jetzt einmal so ein bisschen als Familienmensch kennen. Ich meine, auch da ist halt wieder Tom Cruise, er stellt sich natürlich auch so als den perfekten Ehemann dar, der dann auf der Party rumläuft und alle kennen ihn, alle finden ihn witzig und smart und süß und sexy und schmelzen nur so dahin, wenn er auf dieser Party rumkannst. Ist das auf Partys mit dir anders? Ich bin halt, habe ich heute gelesen, ich bin der, der in der Ecke steht und irgendwann den Hund streichelt. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ja, nee, aber von daher, also da ist natürlich auch wieder so Tom Cruise in Reinkultur. Er ist dann halt wirklich so dieser All-American-Good-Guy, wie er dann da dargestellt wird in der Familie. Aber man gönnt es ihm halt auch so ein bisschen, weil man sich halt denkt, ja, wahrscheinlich hat er noch irgendwie ein paar schwere Missionen hinter sich und irgendwann hat er sich dann auch sein Glück verdient, was er dann mit Julia auch findet. Und er wird ja dann langsam wieder in das IMF zurückgezogen und in die Machenschaften, weil seine Expertise halt wirklich noch gebraucht wird. Und deswegen fand ich dann tatsächlich einmal so diesen anderen Even Hunt zu sehen, der wirklich angekommen scheint in seinem Leben. Das fand ich eine sehr schöne Perspektive. Zusätzlich dann aber gleichzeitig noch mit Julia diese Fallhöhe wieder zu haben, weil man weiß natürlich dann aufgrund der Anfangsszene schon, das wird irgendwann schiefgehen. Das ist nur eine Frage der Zeit und dann wird auch Julia mit reingezogen. Und dann muss Even wirklich schauen, dass sein neues Leben nicht komplett zusammenbricht. Ja, da gehe ich mit. Ja, nee, das hat mir tatsächlich auch gefallen. Also ich bin ja generell ein Fan von düsteren Atmosphären in Filmen, gerade auch in Agentenfilmen. Vielleicht so ein bisschen könnte man das vergleichen mit den Daniel-Crack-Bonds. Nicht zuletzt nur, weil es eine große Parallele gibt, weil Ethan sich ja im Verlauf von Teil 3 auch selber schocken muss, genauso wie Crack das in Casino Royale muss. Nur natürlich hat Ethan nicht so einen coolen Defibrillator, sondern er macht das mit Hausmitteln mehr oder weniger. Aber das ist tatsächlich auch eine der Szenen aus dem dritten Teil, die mir wirklich nachhaltig Erinnerung bleibt. Also als da, es gibt ja da dieses Gadget, dieser, ja, was ist das, eine Mini-Bombe, eine Mikrobombe, die ins Hirn implantiert wird und die man dann eben fernsteuern kann, dass die dann eben explodiert und als die eben bei Linze im Kopf explodiert, als sie sie eigentlich retten wollen in dem Hubschrauber, das sieht schon echt fies aus. Das sieht einerseits fies aus und das macht auch dieses unglaublich fiese Geräusch, weil du sie ja nochmal hörst, wie sie irgendwie so macht. Also so einen letzten Laut und dieser Laut klingt unglaublich fies und dann verdreht sie halt dieses eine Auge, das dann weggesprengt wird und du siehst halt wirklich, wie diese Druckwelle von der Seite kommen musste. Und ich habe halt wirklich im Heimkino nochmal dreimal zurückgespult und mir diese Szene angeguckt, weil ich die also wirklich so schockierend fand und gleichzeitig auch nochmal gucken wollte, wie haben sie das nochmal dargestellt und es war wirklich, wirklich extrem. Von daher kann ich da auf jeden Fall verstehen, dass sie dir, Achtung, im Kopf geblieben ist. Oha, oha. Abgesehen davon jetzt, von dieser Darstellung, wie hat dir denn allgemein so die Action gefallen? Also hat dir das da getaugt, dass es dann wirklich auch düsterer zur Sache geht und ist ja teilweise auch schon so ein bisschen blutiger, als wir das dann in Teil 2 hatten. Hat dir das dann eher gefallen oder hättest du dir eher gewünscht, dass man dann doch zu den Wurzeln zurückkehrt und so wie in Mission Impossible 1 eher die geerdete Agenten-Story in den Vordergrund stellt? Nee, bin ich großer Fan von. Also gerade im Vergleich zum zweiten, ich meine, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt und müssen ja nicht noch mehr auf ihn eintreten. Aber ja, die Action taugt mir wahnsinnig. Also als ich den gesehen habe, haben wir ja kurz geschrieben und da habe ich ja auch gesagt, was für eine Wohltat es ist, diesen Film zu gucken, nachdem man sich durch den zweiten nochmal gequält hat. Weil hier gibt es eben nicht diese ausufernden Slow-Mo-Sequenzen wie im zweiten, die dann ewig dauern und nicht enden wollen. Hier gibt es auch keinen Ethan, der mit Akimbo-Pistolen durch die Gegend hechtet. Sondern hier gibt es halt ja Agenten-Action, so wie ich sie mag, so wie es vielleicht auch in einem Jack Reacher der Fall ist. Eine Reihe, die ich eigentlich auch sehr gerne mag, tatsächlich. Nee, das hat mir schon sehr, sehr getaugt. Und da sind mir auch ein paar Szenen im Kopf geblieben. Manche sehen natürlich auch heute, weil da auch wieder mit CGI gearbeitet wurde, nicht mehr ganz so geil aus. Das muss man ja auch sagen. Aber im Grunde hatte ich einfach wahnsinnig viel Spaß mit dem Film von vorne bis hinten. Ja, gerade auch diese Action-Sequenz auf der Brücke, wo eine Brücke in Schutt und Asche gelegt wird. Also das ist halt wirklich, selbst wenn ich mich jetzt halt, wenn ich einen Film lange Jahre nicht mehr gesehen habe, nicht mehr an alles erinnern kann. Aber es gibt halt wirklich so ikonische Sequenzen. Da kannst du dich daran erinnern, sei es jetzt in der Mission Impossible 1, der Einbruch in Langley, wenn er von der Decke hängt. Und in Mission Impossible 3 ist es beispielsweise neben dieser Verfolgungsjagd mit den Hubschraubern in der Nähe von Berlin in einem Meer von Windrädern, wie man sich Deutschland halt vorstellt in den USA. Einfach 500 Windräder auf einem Feld. Ist es hier diese Action-Szene auf der Brücke, wenn Ethan wegläuft und die Rakete neben ihm einschlägt und er gegen dieses Auto geschmettert wird. Ja. Also da, du kannst mir sagen, Schauspieler läuft auf die Kamera zu, Rakete schlägt ein und er wird seitlich gegen ein Auto geschmettert, weil sich direkt ist Mission Impossible 3. Ja, oder John Wick. Also es könnte John Wick sein, ja. Genau. Und du hast eben gesagt, da ist halt das CGI nicht ganz so geil gealtert. Man sieht das halt schon, aber ich finde, es sieht halt auch immer noch großartig aus, wenn man drüber hinwegsehen kann. Und ich sag mal so, in vielen Filmen 2023 ist das CGI jetzt auch nicht viel besser als 2006. Ja, absolut. Da bin ich bei dir. Und ich meine, großartige Brückensequenzen haben schon so manche Franchises gerettet, wenn man so an Final Destination und sowas denkt. Großartige fünfte Teil. Naja. Nee, aber auch die Helikopter-Sequenz, ja, die bleibt mir auch in Erinnerung, gerade wie bedrohlich dieser feindliche Helikopter auch inszeniert ist, ne, als er das erste Mal auftaucht. Ja. Das ist richtig gut gemacht. Genau. Wie du wirklich denkst, die nehmen den jetzt auseinander, den anderen Hufschrauber, und die haben eigentlich keine Chance. Aber dadurch, dass sie sich halt wirklich durch diese Windräder zwängen und in den letzten Momenten dann noch den Rotatoren entkommen, schaffen sie es dann auch irgendwie. Genau. Und dann haben wir ja noch, haben wir, glaube ich, nur ganz kurz angesprochen, der große MacGuffin im Teil 3 ist halt diese Hasenfote, bei der man auch einfach die ganze Zeit nicht weiß, was das ist. Genau. Ich bin auch so froh, dass wirklich nur, also, dass ich nochmal auf Englisch geguckt habe, weil, genau, Rabbitfoot hieß das ja, das fand ich weniger schlimm als Hasenfote. Weil auf Deutsch, wenn du halt Philipp Simon Hoffmann hast, der sagt, wo ist die Hasenfote, wo ist die Hasenfote, dann kommt irgendwie ein bisschen komisch rüber. Ja. Absolut. Und wir haben einen coolen Gastauftritt von Aaron Paul. Ja, der einen zu gekifften Typen spielt. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Aber ich habe mich sehr gefreut, ihn da zu sehen. Auf jeden Fall. Hat auch eine sehr coole Rolle. Ja, ich würde sagen, mach mal einen Strich unter den Dritten oder hast du noch was vom Zettel? Ja, ich würde zwei Sachen gerne noch erwähnen. Einmal diese großartige Szene im Vatikan, weil wir haben ja eben gesagt, es gibt halt immer einen Heist, der nahezu unschaffbar scheint und das ist hier der Vatikan. Und man muss halt nicht nur einen MacGuffin aus dem Vatikan holen, sondern man muss quasi Philipp Simon Hoffmann als Owen Davian aus dem Vatikan holen. Und es gibt ja dann die Szene, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber wer Mission Impossible gesehen hat, der weiß es, es gibt halt diese Masken, die in jedem Teil eine große Rolle spielen, mit denen man sich dann quasi unerkennbar in andere Menschen verwandeln kann. Und wir haben hier einen Philipp Simon Hoffmann, der einen Tom Cruise spielt, der eine Philipp Simon Hoffmann Maske auf hat, in Anführungszeichen, und dann quasi Philipp Simon Hoffmann spielt. Das heißt, Philipp Simon Hoffmann spielt sich selber aus der Sicht von Tom Cruise und es ist einfach wirklich so großartig, wie du halt siehst, wie er Tom Cruise nachmacht in seinen Bewegungen, in seiner Mimik und es ist halt, zeigt einfach, was für ein großartiger Schauspieler er ist. Natürlich auch mit diesem Setting im Vatikan, die meisten kennen es halt nur von außen, das auch mal so ein bisschen von innen zu sehen, weiß ich jetzt natürlich nicht genau, was ist wirklich im Vatikan oder nicht. Aber es macht auf jeden Fall den Eindruck, als wäre man live dabei im Vatikan und würde dann da einbrechen. Und auf der anderen Seite unser Antagonistenpärchen, muss man ja sagen, weil man wird ja bei Lawrence Fishburne am Anfang so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, dass er eigentlich der Antagonist ist. Aber in Wahrheit ist es Billy Crudrup mit seinem Charakter und ihn habe ich über die letzten Jahre als Schauspieler wirklich sehr schätzen gelernt. Gerade jetzt auch in seinen Serienrollen, wie er zum Beispiel bei The Morning Show noch mit dabei ist, da spielt er auch mit. Und ihn dann jetzt nochmal im Nachhinein zu sehen, damals war er mir halt als Schauspieler noch recht unbekannt, aber jetzt so mit den Serien und Filmen, die ich noch mit ihm gesehen habe, ihn dann nochmal zu sehen als Antagonisten, fand ich halt sehr schön. Und für mich ist er auch so einer der charismatischeren Bösewichte in der Mission Impossible-Reihe. Ja, absolut. Gute Ergänzung. Also ich denke, was schon definitiv klar geworden ist, dass wir schon kleine Fans vom dritten Teil sind. Was würdest du ihm in Toastscheiben ausgedrückt als Wertung verpassen? Er hat für mich doch noch ein paar Schwächen, weswegen er nicht ganz für mich an den ersten rankommt, aber ich habe ja auch gesagt, der erste hat natürlich noch diesen Nostalgie-Faktor für mich mit dabei. Deswegen bin ich bei dreieinhalb, aber mit einem Herzchen dazu. Ja, da sind wir uns einig. Das Herzchen habe ich jetzt noch nicht vergeben, aber die dreieinhalb auf jeden Fall, also einen ganzen Stern mehr als den zweiten. Und der hat wahrscheinlich bei mir auch ein bisschen leichtes Spiel gehabt, weil ich die Back-to-Back jetzt zumindest im Rewatch geschaut habe. Und da der dritte schon, ja, ein ganz schönes Relief irgendwie war. Genau, ja. Das ist natürlich auch schön. Das ist wie eine schlechte Vorband, die man dann hat. Da ist der Main-Act umso schöner. So sieht es aus. Aber das könnte Mission Impossible 3 ja jetzt auch mit Mission Impossible 4 nochmal. Sehr gut, wir hatten dieselbe Brücke im Kopf. Ja, kommen wir zu Mission Impossible 4. Hier hat die Serie angefangen, Untertitel einzuführen. Phantom-Protokoll hieß er in Deutschland. Ghost-Protokoll war, glaube ich, der erste Titel oder heißt er sogar international. Genau. Und was sich durchzieht, wir haben wieder einen anderen Regisseur an Bord, nämlich Brad Bird. Den kennt man eigentlich aus ganz anderen Gefilden. Der hat nämlich unter anderem die beiden, die unglaublichen Filme inszeniert. Und einen der besten Animationsfilme aller Zeit, nämlich Ratatouille. Also definitiv jemand, wo man, wenn man einen groben Blick mal auf die Filmografie wirft, nicht unbedingt denken würde, dass er jetzt der prädestinierte Kandidat für einen Mission Impossible Film ist. Wie er das gemacht hat, kommen wir gleich zu, kurz zu den Darstellern. Da gibt es keine großen Überraschungen. Tom Cruise als Ethan Hunt ist ja unser Dauerbrenner. Wir haben da neu im Cast Jeremy Renner als William Brand, der so ein bisschen eben auch in das Team aufgenommen wird. Wir haben wieder Simon Peck mit dabei. Wir haben diesmal als Antagonisten Michael Nickquist dabei, als Kurt Hendricks, kommen wir nachher noch zu. Ja, und auch abseits der genannten wieder viele bekannte Gesichter. Ja, zu den Bewertungsportalen IMDb hat er eine 7,4 von 10, also tatsächlich schon nochmal 0,5 Punkte höher als der dritte. Und bei Boxed auch eine sehr, sehr gute 3,7 von 5. Hat 145 Millionen gekostet, also ein bisschen weniger als der dritte. Hat aber tatsächlich deutlich, deutlich mehr eingespielt, nämlich knapp 700 Millionen. Und war damit, ja, der erfolgreichste Film des Franchises und der bis dato zumindest erfolgreichste Film von Tom Cruise. Du hast da natürlich sehr gut ergänzt, mittlerweile ist es natürlich Top Gun Maverick, der eben das mehr als verdoppelt hat mit 1,5 Milliarden. Genau, und wir sind gespannt, wie jetzt Mission Impossible 7 da einschlagen wird. Ob er Top Gun Maverick dann nochmal vom Thron stoßen kann oder ob wir da jetzt bei Peak Tom Cruise angekommen sind, was die Einspielergebnisse angeht. Ja, absolut. Ja, worum geht's in Mission Impossible 4 und was ist dieses Phantom Protokoll? Das Phantom Protokoll wird ausgerufen und zwar, als das IMF-Team für einen Bombenanschlag auf den Kreml in Russland verantwortlich gemacht hat. Und wir können es uns schon denken, natürlich fälschlicherweise dafür verantwortlich gemacht hat. Aber das Phantom Protokoll besagt eben, dass das IMF aufgelöst wird. Also hat Ethan nur noch seine engsten Verbündeten, die wir gerade angesprochen haben, hat nicht mehr Zugriff auf die, ja, auf die ganzen Gadgets, auf die ganze IT-Infrastruktur des IMF. Und die müssen eben auf sich allein gestellt den wahren Drahtzieher hinter dem Kreml-Attentat finden und, ja, parallel auch noch verhindern, dass ein globaler Atomkrieg ausbricht. Ja, und diese Geschichte, wir können es uns schon denken, ja, führt unsere Agententruppe auch wieder um die halbe Welt. Hier in ein paar sehr, sehr spektakuläre Settings, da kommen wir dann aber noch her noch zu. Also ein ganz normaler Arbeitstag. Ein ganz normaler Arbeitstag für Evenhand. Ganz normales Wochenende für uns. So sieht's aus. Verlacht Jack Bauer drüber. Genau. Der Film ist der erste, der zumindest teilweise im IMAX-Format gedreht wurde für manchen Szenen. Hast du das im Film angemerkt? Früher vielleicht, als du ihn das erste Mal gesehen hast oder jetzt im Rewatch? Nee, tatsächlich nicht. Da bin ich manchmal auch so ein bisschen wahrscheinlich zu ignorant und achte da nicht genau drauf. Aber vielleicht ist es ja, sagen wir mal, spricht es eher für den Film, wenn man es halt nicht so explizit merkt. Mir ist das zum Beispiel damals bei The Dark Knight Rises aufgefallen, wie da zwischendurch immer in den Formaten gesprungen wurde. Ja. Deswegen, also diesmal habe ich tatsächlich nicht explizit gemerkt und bin jetzt auch durch dich drauf aufmerksam gemacht worden. Werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal drauf schauen, ob ich da bewusst merke, wann das Format wechselt. Aber zumindest ist es mir nicht negativ aufgefallen. Ja, genau. Nole macht das immer sehr prominent. Mir fällt auch als erstes immer Interstellar ein. Da merkt man das ja auch immer, wenn du es so aufzieht in manchen Szenen. Genau. Ja. Ja, das Team haben wir vorhin angesprochen. Wir hatten ja im Teil 3 schon Benji kennengelernt. Jetzt gehört er quasi zur festen Truppe mit zu Ethan. Das wird ja auch noch die Serie für die Episode in der kommenden Woche weiterhin begleiten. Ja, Jeremy Renner haben wir jetzt eben neu dabei, der so ein bisschen, ja, wo am Anfang so ein bisschen unklar ist, wo kommt denn der her, wie passt denn der da rein, spielt der vielleicht ein falsches Spiel, ne? Du hast es bei Teil 1 schon gesagt, ist ja so ein bisschen, so ein bisschen auch immer das Story-Vehikel, ne? Wem kann man trauen? Meistens entweder den Love-Interests nicht oder den Figuren, die gerade neu aufs Tableau dazukommen, ebenso wie es Jeremy Renners Figur jetzt hier ist. Wie findest du so generell so den Cast in Teil 4? Also das Team hat für mich auf jeden Fall funktioniert. Die 4 haben eine schöne Chemie zusammen, obwohl sie halt durchaus unterschiedliche Charaktere darstellen. Wir haben das ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Benji ist halt primär jetzt so als Comic Relief mit dabei. Klar, der hat natürlich auch seine Daseitsberechtigung und seine Aufgaben, da er ja Luthers Rolle als IT-Genie übernimmt. Aber er hat dann auf jeden Fall auch mehr One-Liner als jetzt beispielsweise in Teil 3 oder hat auch ein paar, ja, comedyhafte Situationen, so ein bisschen Slapstick-Einlagen, aus denen er sich da befreien muss. Deswegen, ihn fand ich als Auflockerung sehr schön. Ich habe so ein bisschen Probleme mit Jane Carter als Figur, also nicht als Paula Patton oder mit Paula Patton als Schauspielerin, weil sie, fand ich, hat auf jeden Fall einen sehr schönen Eindruck hinterlassen. Aber Jane ist halt so ein bisschen ambivalent. Sie wirkt halt irgendwie so ein bisschen inkompetent zwischendurch, was ich halt so gerade bei Frauenrollen immer so ein bisschen schwierig finde. Und wir haben das ja schon mal besprochen. Ich habe das versucht, irgendwie so ein bisschen per Sprachnachricht deutlich zu machen. Sie hat gerade so diese Action-Sequenzen. Sie holt halt immer so sehr stark aus und macht dann immer, ja! Und es wirkt halt so wie eine sehr geschauspielerte Action-Szene und man kauft eher irgendwie diese Anstrengung nicht ab. Also es wirkt halt sehr inszeniert. Und das hat mich immer so ein bisschen rausgerissen. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Konntest du ihr da so die toughe Agentin eher abkaufen? Ich habe das Gefühl, also sie wäre vielleicht irgendwie in so einer organisatorischen Position, so als Drahtzieherin, wäre sie vielleicht so ein bisschen besser aufgehoben gewesen. Ja, im Grunde, da denkt man ja am Anfang, dass William Brandt, sprich Jeremy Renner, da so aus der Warte kommt. Der ja am Anfang sich als Chef-Analyst, glaube ich, vorstellt. Aber bei dem man ja sehr schnell merkt, dass der offensichtlich auch eine Außendienst-Vergangenheit hat. Und bei ihr ist es ein bisschen anders. Bei ihr wirkt es tatsächlich so, als hätte sie eine Indienst-Vergangenheit und wird jetzt einfach so in den Außendienst geworfen. Genau, richtig. Sie kommt wie Benji, der sich jetzt erst daran gewöhnen muss, irgendwie auch mal zwischendurch in Action verwickelt zu werden. Kommt sie auch ein bisschen nachher, obwohl sie ja diejenige ist, die jahrelange Erfahrung haben soll. Und da fand ich, gab es ja dann im dritten Teil, hattest du ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, seiner Kollegin, die stirbt. Und Lindsay war das, oder? Lindsay, ja. Lindsay, genau. Und Lindsay habe ich das eher abgekauft, dass sie halt eine Agentin ist, die von ihm ausgebildet wurde, die halt wirklich beinhart da draußen unterwegs ist und jeden Tag 50 Weltgeist zu Brei kloppt. Und bei ihr war das, wie du gerade gesagt hast, ihr hätte ich so eher diese Analyst-Innen-Rolle zugetraut, weil die Action halt bei ihr nicht so dynamisch rüberkommt. Und das finde ich halt so ein bisschen schade und es wirkt halt gerade bei Frauenrollen, wenn wir das als Männer sagen, immer so ein bisschen wie, ja, da hat was gegen starke Frauen. Aber so ist tatsächlich wirklich nicht gemeint und Lindsay hat da, wie ich schon sagte, bei Teil 3 für mich durchaus besser funktioniert. Ja, würde ich komplett unterschreiben. Also über Jeremy Renner habe ich mich tatsächlich gefreut, den sehe ich immer ganz gerne. Auch wenn er dann später, da kommen wir nachher noch zu, auch zu einer, der vielleicht nicht besten Szenen des Franchises leider als Hauptprotagonist herhalten musste. Aber der hat auch so ein paar coole One-Liner, coole Situations-Comedy-Elemente. Das fand ich eigentlich ganz cool, ja. Ja. Das hat mir gefallen. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, das zeichnet ja auch die Reihe aus. Und dann wird Ethan mit seinem Team immer durch die halbe Weltgeschichte geschickt, wie das in Agentenfilmen nun mal so ist. Das unterscheidet sich ja auch nicht zu einem James Bond, unterscheidet sich nicht zu einem Jack Reacher und Co. Und hier geht es nach Dubai, auf den Burj Khalifa. Ich hoffe, ich habe den einigermaßen richtig ausgesprochen. Also diesen irre hohen Turm, auf dem dann eben, ja, ich denke, grob eine halbe Stunde Action stattfindet, mehr oder minder. An dem Ethan dann auch noch draußen an der Fassade hochklettern muss mit so windigen Handschuhen, die ihn eigentlich ans Glas ziehen sollen, aber dann auch nur so halb funktionieren. Und da muss ich schon sagen, die Szene hat mich generell abgeholt, auch wenn ich das generell, dieses ganze Drumherum, dass es in Dubai spielt und das ja damals dann auch die Weltpremiere des Films in Dubai war, das hat für mich so immer so ein bisschen Geschmäckle, muss ich leider zugeben. Wie ist das für dich? Ja, im Nachhinein auch. Damals hat es mich nicht so ganz gestört, aber damals fand ich Dubai an sich auch noch sehr, ja, wie soll man es jetzt am besten umschreiben, geheimnisvoll. Man kannte halt noch nicht so viel von Dubai. Es kam ja damals so wirklich so auf die Bildfläche. Da ging diese große Marketingkampagne los, um zu zeigen, wie toll eigentlich dieses Land ist und wie geheimnisvoll. Da fand man das dann schon doch in jüngeren Jahren immer so ein bisschen faszinierend. Aus heutiger Sicht, klar, wie da der Punkt dargestellt wird, wie das an sich inszeniert wird und dass das dann so ein großes Headpiece ist, ist natürlich, hat heutzutage so ein bisschen Geschmäckle auf jeden Fall. Ja, aber es ist tatsächlich inhaltlich ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Headpiece. Also gerade, wenn man unter Höhenangst leidet, dann haut diese Szene voll rein. Also sie wird ja auch mit so unter den ikonischsten Action-Szenen in der Mission Impossible Reihe aufgeführt, obwohl es ja halt nicht so viel Action ist. Aber dadurch, dass du halt wirklich diesen Höheneffekt unglaublich krass dargestellt hast, da ist mir halt wirklich schon ein bisschen mulmig geworden, als ich das gesehen habe. Gerade wenn Ethan dann noch zwischendurch den Abflug macht und noch ein paar Stockwerke nach unten segelt. Mein lieber Scholli, da habe ich mich ordentlich im Sitz festgekrallt. Ja, ich hätte das an seiner Stelle auch nicht so gut weggesteckt, glaube ich. Nicht nur, weil ich es athletisch nicht hingekriegt hätte, sondern allein, weil ich auch wahnsinnige Höhenangst habe und ich mir das allein nicht vorstellen kann, da oben irgendwie aus dem Fenster zu schauen. Ja. Und ich finde, das macht die Reihe später, ich weiß nicht, ob es in Teil 3 auch in irgendeiner Szene schon war, aber zumindest ab Ghost-Protokoll bzw. Phantom-Protokoll macht die Reihe das, dass du halt immer zwischendurch Situationen drin hast, wo Ethan das ganz knapp nur schafft oder mit Glück schafft. Das wird ja hinterher im späteren Teil auch gesagt von einem Senator, der dann sagt, ja, wenn ich mir ihre Ergebnisse angucke, das stimmt zwar auf dem Papier alles, aber ich glaube, das war alles halt nur Glück, dass sie da hatten. Und wenn du dann hier so eine Szene hast, wie Ethan dann der Meinung ist, komm, ich laufe mal kurz an der Fassade lang und schwinge mich dann ins offene Fenster rein und knallt dann oben gegen dieses Fensterstück und fällt fast runter und wird dann noch kurz rausgefischt. Und das haben wir ja später nochmal, wenn er in dieser finalen Szene, auf die wir gleich zu sprechen kommen, dann ja diverse Sprünge versucht und nur ganz knapp irgendwo am Rand aufschlägt. Da sieht man dann schon, der Film hat dann auch verstanden oder die Reihe hat verstanden, wir dürfen ihn jetzt auch nicht zu übermächtig darstellen, sondern wir müssen auch immer mal zeigen, manchmal hat er auch einfach nur Glück und manchmal traut er sich einfach viel zu viel zu. Ja, das stimmt, wobei ich finde, das ist dann schon ein bisschen zu viel Glück. Also zum Beispiel in dieser Schwingszene, die du gerade angesprochen hast, da hätte es für mich schon gereicht, dass er merkt, dass das Seil nicht ausreicht, damit er in das Fenster zurückkommt zu seinem Team, sondern eben sich einfach da reinschwingen muss. Das hätte ja eigentlich schon gereicht, um das so ein bisschen zu konsternieren, dass er auch der Glück braucht, dass er dann da oben noch gegenknallt und dann eigentlich schon stürzt und die beiden ihn dann noch quasi so eben festhalten können. Das ist dann für mich immer so ein bisschen too much irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, das ist dann immer für mich so ein bisschen fast mehr, mehr, ja, Bond, aber auch nicht so richtig. Ja, ist irgendwie schwer zu greifen, aber das ist, finde ich, da geht es immer so einen Schritt zu weit, das braucht es für mich irgendwie gar nicht. Ich verstehe schon, dass es natürlich noch so einfach so eine Schüppespektakel drauf sein soll, aber das braucht es, finde ich, eigentlich gar nicht. Dafür hatten Sie da vorher dann eine Szene, wo auch mein Plan nicht funktioniert hat. Sie wollten ja die beiden Masken anfertigen, um die Rollen zu tauschen und hatten ja diese Maskengeneratoren, die dann irgendwie vollkommen durchdrehen und dann anfangen, die Masken bunt anzupinseln. Das fand ich halt sehr schön, dass es dann nicht dieser Trope wieder war, so in letzter Sekunde schaffen wir das, um uns dann nochmal schnell hinzustellen und alles hat funktioniert, wie es dann auch im Teil davor war mit diesem Voice Changer, der in der letzten Sekunde quasi noch funktioniert hat, sondern hier haben Sie auch zwischendurch mal Passagen, wo Sie scheitern und wo Sie dann ein bisschen improvisieren müssen, was dann auch nochmal den Charakteren zugute kommt. Genau, und sogar mehrfach. Also zum einen müssen Sie improvisieren, das, was du gesagt hast, dass dieser Masken, dieser im Grunde 3D-Drucker nicht funktioniert und Sie deswegen den Bösen gar nicht vorspielen können, dass Sie jemand anders sind. Und dann haben Sie ja noch quasi, als Sie den Alternativplan quasi geschmiedet haben und dann Jeremy Renner da steht und diese wichtigen Dokumente, um die es jetzt eben diesmal geht, die irgendwelche Raketenabschusscodes enthalten, dann mit der kleinen Kamera fotografiert, die er quasi als Linse im Auge hat, wo dann Lea Sedous Figur eben bemerkt, dass er da irgendwas im Auge hat und deswegen eben ihn erschießen will. Ja, aber das liegt ja in Lea Sedou. Also wer die verarschen will, der ist ja jetzt ganz schief gewickelt. Also ich habe es ja im Skript geschrieben, der Tag, an dem ich mich in Lea Sedou verliebte. Diese taffe Auftragskillerin, die sie da spielt, so gleichzeitig so verführerisch, aber auch eiskalt, also der Wahnsinn. Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch eine größere Rolle hat und da kann Jeremy Renner halt versuchen, was er will. Die kriegt da halt nicht klein, da hat er halt Pech gehabt. Bis man sie halt aus dem Fenster tritt irgendwann leider. Ja, wenn nichts mehr hilft, hilft immer einem aus dem Fenster treten, eben wie viel ein Stock das auch immer war. Ein Hundertzehnte oder sowas, ne? Ja, aber auf jeden Fall verdammt weit oben. Ja, wir haben es vorhin gesagt, als quasi Antagonist Michael Nyquist haben wir hier, spielt Kurt Hendricks. Und das ist, glaube ich, einer der Antagonisten aus den ersten vier Filmen, so habe ich es zumindest im Vorgespräch bei dir verstanden, mit dem du nicht so ganz konform gehst, oder? Auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber, anders als du, mit Michael Nyquist nicht so, also bin ich nie ganz warm geworden. Es gibt Filme, in denen ich ihn richtig gut finde. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Wie im Himmel kennst, diesen Film um einen Dorfchor, wo er quasi als Dirigent mit dazukommt. Nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Den kann ich sehr empfehlen. Er ist halt zwar sehr traurig und sehr emotional, aber da hat er eine großartige Rolle. Da mag ich ihn zum Beispiel sehr. Bei John Wick, auch so mit Abstrichen, fand ich ihn auch ganz cool, bis auf diese letzte Szene. Hier war er mir halt so ein bisschen zu eindimensional, weil er spielt ja diesen ehemaligen Atomforscher, der dann irgendwann entscheidet, ach, wäre ja eigentlich ganz cool, wenn wir Atomkrieg machen, weil irgendwann war ja auch mal sowas wie Eiszeit und Meteor hat eingeschlagen und daraus ist dann quasi die nächste Evolutionsstufe entstanden. Also bin ich jetzt einfach der Meinung, wenn man jetzt die Atomkrieg fegen einfach mal alles von der Erde runter und dann wird die Welt ein besserer Ort. Und das war für mich halt irgendwie so ein bisschen zu wenig Motivation und er hat ja auch nicht viel zu tun, außer dass er zwischendurch mal durchs Bild läuft. Gerade auch diese eine Sequenz in Dubai, das ist ja eigentlich zwar eher mit einer Maske, aber du siehst ja auch nicht Michael Nyquist, der da rumläuft, sondern im letzten Moment zieht er die Maske ab und steht dann auf einem Truck und fährt davon. Also für mich hat er halt irgendwie zu wenig Screentime gehabt, damit ich mit ihm als Antagonisten warm werden konnte. Ja, verstehe ich. Gerade auch die Beweggründe, die dahinter stehen. Wobei, ich meine, wir haben es vorhin schon ein paar Mal angesprochen, das ist jetzt auch kein großartiges oder zumindest aus meiner Sicht kein großartiges Trade-Bug der Reihe, dass das irgendwie komplexe Antagonisten sind oder so. Genau. Die stehen und fallen meistens mit den SchauspielerInnen, die sie darstellen und mit der Präsenz, die die alleine haben. Genau. Richtig, das ist ja auch was, worüber wir gleich noch diskutieren werden, was jetzt Philipp Simon Hoffmanns Rolle angeht. Es ist halt alles, also es passt halt natürlich standardmäßig auch in der Charaktertiefe auf den Bierdeckel und es hat halt auch immer so ein bisschen persönliche Präferenz. Kann man dann mit den Leuten was anfangen, die das verkörpern und können die durch ihr Schauspiel dann dafür sorgen, dass man da genug Tiefe mit rausziehen kann. Exakt. Ja, hast du noch was zum vierten oder kommen wir zum Fazit? Habe ich noch was zum vierten? Nö, so weit fällt mir nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben alles Wichtige besprochen. Dann reih ihn gerne mal ein im Vergleich zu den ersten dreien. Ich habe Mission Impossible, ich will mal Ghost Protocol sagen, Phantom Protocol am Ende dreieinhalb Sterne gegeben, wie auch dem dritten. Wie gesagt, der Antagonist hat mir nicht ganz so getaugt und ich fand leider, leider Paula Pattens Figur als ein bisschen fehlplatziert, will ich jetzt nicht sagen, aber ich hätte sie dann doch eher getauscht mit Jeremy Renner's Figur. Da wäre sie vielleicht so als Analystin, die dann im Hintergrund die Fäden zieht und vielleicht dann auch noch irgendwas im Schilde führt, ein bisschen besser aufgehoben gewesen. Aber ansonsten, das hat mir von der Action getaugt. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was angesprochen, gerade auch diese Dubai-Szene. Von daher ist er für mich nicht besser als der dritte, aber auch nicht wesentlich schlechter und hat halt, wie du eben auch schon sagtest, diese Mission Impossible-Formel dann zu dem Zeitpunkt auch perfektioniert und darauf konnten dann Teil 5 und Teil 6 aufbauen. Und deswegen sind es bei mir dann dreieinhalb Sterne geworden. Ja, okay. Okay, passt. Ja, ich bin einen halben Stern weiter oben, weil ich einfach den, ja, einfach von vorne bis hinten wahnsinnig unterhaltsam finde. Vor allem in seinem finalen Showdown oder kurz vor dem finalen Showdown oder wie man auch immer möchte, in dem Parkhaus, wenn man es denn Parkhaus nennen möchte. Das finde ich schon relativ physisch und drastisch und das ist für mich gute Action. Gerade auch, wie das endet, dass Nyquist da einfach völlig, ja, anstandslos aus, weiß ich nicht, 20 Metern auf dem Boden knallt, weil er eben ums Verrecken will, dass Ethan da nicht an diesen Koffer mit, äh, an diesen Koffer kommt, mit dem er da noch das verhindern kann, was Nyquist da auslösen wollte, eben diesen Atomschlag. Das fand ich schon cool. Und eben diesen Character-Arc, den Ethan da durchmacht, den wir vorhin angerissen haben, weswegen wir Mission Impossible 2 vielleicht noch so ein bisschen in Schutz genommen haben, ähm, mit Julia eben, ne, dass man hier bemerkt, dass ihr Tod, also dass sie tatsächlich gar nicht tot ist und Ethan einfach beschlossen hat, sich von ihr zu entfernen, damit sie überleben kann, eben einfach aus Liebe zu ihr, ne, weil er genau weiß, wenn sie bei ihm ist, ist sie in steter Gefahr. Klar, das ist natürlich auch so eine Agenten-Trope, die sich ein bisschen ausgelutscht hat mittlerweile, ähm, aber ich finde, hier passt es einfach. Passt zu seinem Charakter, passt zu seiner Entwicklung, die Action funktioniert und deswegen bin ich dann am Ende bei 4 rausgekommen. Hm, ja. Wo man das natürlich auch nicht zu sehr hinterfragen darf, weil sie arbeitet immer noch in New York, immer noch als Ärztin und, äh, Ethan läuft immer noch in ihrer Nähe rum, also hat sich ja eigentlich nichts geändert, ist immer noch die gleiche Frau, die den gleichen Job macht und jeder Bösewicht, der von ihr weiß, könnte eigentlich noch Zugriff haben, aber, äh, naja, wir glauben das dem Film einfach mal so, wie er uns das darstellt. Sie steht nicht mehr mit Ethan auf dem Klingelschild. Das wird's wahrscheinlich sein. Genau, sie wohnt jetzt woanders. Nee, die ist jetzt ausgezogen, der macht sich nichts mehr um sie, das ist jetzt in Ordnung. Ja. Ich will doch nicht die, die Ex klauen, was ist denn das jetzt für, für ein Big Move? Ja, absolut. Ja, wir haben es vorhin schon, äh, angesprochen, so als kleinen Rausschmeißer, weil ich denke, über die vier Filme haben wir jetzt schon genug geredet, haben wir uns gedacht, machen wir noch so kleine Top-Listen oder Picks oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich meine, auch darüber haben wir jetzt schon viel geredet, deswegen können wir da wahrscheinlich durchhuschen, aber das ist ja auch etwas, da könnt ihr euch mal Gedanken machen, ob ihr dieselben Picks, äh, habt wie wir und uns da, wenn ihr mögt, gerne mal auf den Kanälen Feedback geben, wie es denn da bei euch aussieht. Und ja, wir haben uns da einfach mal so sieben Kategorien rausgesucht. Ich denke, bei vielen werden wir uns einig sein, bei ein oder zweien werden wir zumindest kurz drüber diskutieren müssen, fürchte ich, ähm, weil ich kenne deine Picks schon, du kennst meine Picks noch nicht. Äh, deswegen sind wir da mal sehr gespannt, wo wir da rauskommen. Ja, passend zum Filmtitel oder zum Reihentitel haben wir uns gedacht, was ist die Most Impossible Mission? Also, was ist tatsächlich das Set Piece oder die Aufgabe oder die Mission für Ethan und sein Team, bei der wir am ehesten gedacht hätten, dass das nicht funktioniert, oder die auch bei der Rückbetrachtung her die schwerste, komplexeste, wie auch immer, Mission ist? Was hast denn du da gepickt? Ich habe mir den Vatikan ausgesucht, was jetzt vielleicht auf dem Papier zwar nicht die aller, aller, aller impossibleste Mission ist, aber gerade so in diesem Zusammenhang mit dem Vatikan als Setting, mit dieser Mystik, was da eigentlich für Sicherheitsmaßnahmen dahinterstehen. Und im Endeffekt infiltriert er ja nicht nur den Vatikan, sondern er infiltriert den ganzen Starrad und holt dann einen der ikonischsten Antagonisten der Reihe da raus. Von daher habe ich da den Vatikan gewählt. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Gehört auch zu meinen Favoriten, gerade wenn man es so ein bisschen von außen betrachtet. Wenn man den Verlauf der Mission betrachtet, ist es für mich dann doch eher die Burj Khalifa-Szene, weil da eben einfach viel schief geht, ne? Wir haben es vorhin gesagt, da sind die beiden Sollbruchstellen. Erstens der 3D-Printer, der die Masken nicht vernünftig drucken kann und dann diese Linsenkamera, die dann auffliegt. Ja, das hat für mich dann am besten funktioniert. Aber vom reinen Setting her unterstreiche ich das. Da ist die Vatikan-Szene schon, ja, herausragend. Aber wie Benji gesagt hat, du musst doch nur 10 Stockwerke rauf, Ethan. Ist doch nicht die Welt. Ist doch nicht die Welt, ja. Mit nur einem funktionierenden Handschuh. Genau. Ja, die Mission Impossible-Reihe zeichnet sich natürlich nicht nur durch die Missionen aus, sondern eben auch durch die Action-Set-Pieces, die während der Mission meistens stattfinden. Was ist denn da dein Favorit? Da habe ich mir, man kann sich das schon ein bisschen denken, anhand der Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, den Brücken-Fight aus Mission Impossible 3 rausgesucht, der mit diesem wunderschönen Gadget des Schaums beginnt, wie man mit ein bisschen Schaum Philipp Simon Hoffmann wieder aus seinem Gefangenentransporter rausholt. Und dann, wie gesagt, diese komplette Sequenz, wie einerseits Ethan versucht zu überleben und die Handlanger hinzurichten und auf der anderen Seite versucht er irgendwie noch Zivilisten da rauszuholen und zu retten, bis es dann eben, wie ich das eben schon gesagt habe, dieser Szene, die sich eingebrannt hat, wie er da gegen das Auto geschleudert wird, hat sich auf jeden Fall in meinem Gedächtnis verankert. Deswegen fand ich die jetzt von den Vieren, die wir heute besprechen, mit am ikonischsten. Ja, geht mir ganz genauso, gerade auch, wenn ich dran denke, wie dann immer diese Drohne, die ja die Raketen dann auf die Brücke schießt, dann immer über die Köpfe hinweg peitscht und Ethan und wir als Zuschauer genau wissen, dass die gleich wiederkommt und die nicht aufhört. Erzeugt das einfach auch so eine Bedrohungslage, so eine richtig fiese. Plus eben diese Wegschleuderszene durch die Druckwelle, die du gerade angesprochen hast. Deswegen liegt der Brückenfight bei mir auch ganz knapp vor der Helikopterszene, weil da finde ich eben den Auftritt von dem, ja, bösen Helikopter quasi einfach wahnsinnig ikonisch und, ja, hat für mich sehr gut funktioniert. Ja, aber generell einfach ein sehr hohes Qualitätslevel der Action-Set-Pieces schon in den ersten vier Filmen, muss man ja mit Wissen um Teil 5 und Teil 6 fast sagen, weil da wird ja die Schraube nochmal ein bisschen fester gedreht. Genau, da kommt ja schon in Teil 5, direkt in den ersten zehn Minuten, eine, die ja quasi mit allen vorherigen, ich will jetzt nicht sagen, den Boden aufwischt, aber auf jeden Fall so als mit einer der größten Stunts von Tom Cruise mit in die Geschichte eingeht. Yes, aber dazu nächste Woche mehr. Ja, die Antagonisten, wir haben, ich glaube, bei jedem Film schon jetzt grob in ein, zwei Sätzen gesagt, wie denn die jeweiligen AntagonistInnen auf uns gewirkt haben. Was ist denn für dich der Beste aus den ersten vier Filmen und wieso? Für mich ist es Owen Davian und bei wieso kann ich jetzt leider nur Philipp Stephen Hoffman sagen, weil er diese Rolle so böswillig verkörpert und diese Mischung hat aus gebildet, stoisch, gleichzeitig merkst du ihm an, dass er halt in jeder Sekunde ausrasten kann, in jeder Sekunde zu allem fähig ist. Deswegen ist das so mein Pick als bester Bösewicht. Und ich weiß, da hast du eine andere Meinung, weil du hast eben auch zu Recht gesagt, vielleicht könnte ja die Wahl des Schauspielers da schon so ein bisschen mit reinspielen und sich da so ein bisschen abfärben auf die Meinung. Ja, das stimmt. Also ich finde, Nyquist und Hoffman sind da ein bisschen auf einer Stufe. Aber das ist, wie gesagt, auch rein durch das Charisma, die Gravitas, die Ausstrahlung, wie auch immer, des Schauspielers zu begründen. Weil ich meine, im Grunde sind das alles sehr, sehr dünn gezeichnete Antagonisten. Der eine ist reich und will reicher werden mit irgendeinem Virus. Der andere ist einfach nur irgendein Zwischenhändler, der Geld verdienen will. Der dritte ist irgendein Atomwissenschaftler, der einen Atomkrieg anzetteln will oder sowas in der Richtung. Also da steckt nicht so wahnsinnig viel hinter. Und deswegen ist es meistens eben das Auftreten und wie der Schauspieler diese Rolle ausfüllt. Und dann bin ich auch bei Philip C. Hoffman aber eben noch ein bisschen hinter Nyquist als Kurt Hendricks. Ich glaube, die meiste Tiefe von den vier Bösewichten hatte wahrscheinlich Jim Phelps. Obwohl man da halt wieder argumentieren kann, dass er vielleicht dann doch zu verkopft war, weil er hatte dann halt wieder so Tiefe, dass sich das ein bisschen verwirrt hat in seinen Handlungen. Ja, genau. Und ich glaube, der hatte vor allen Dingen auch zwei Gründe, weswegen er so ein bisschen ikonisch wirkt. Das eine ist natürlich die Verbindung zu den zwei Serien, die damit hergestellt werden sollte. Und das zweite ist, dass er ja so ein bisschen die Trope definiert, die du vorhin angesprochen hast, die sich auch durchs ganze Franchise zieht, dass du im Grunde keinem vertrauen kannst, nicht mal dem Vorgesetzten, dem du eigentlich ja blind vertraust. Genau. Genau. Was ist denn das coolste Crewmate von der Crew der ersten vier Filme? Wir haben es schon ein paar Mal gesagt jetzt, bei fünf und sechs hat sich die Crew natürlich dann gefestigt. Da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen leichter herauszufinden. Aber es könnte ja jetzt für dich auch jemand sein, der beispielsweise nur in Teil zwei oder nur in Teil drei an Ethans Seite stand. Wer ist es denn für dich? Für mich ist es Luther, Ethans einzig wahrer, bester Freund, könnte man schon fast sagen. Er hat zwar in Teil drei ist es, glaube ich, nur eine relativ kleine Rolle am Ende. Da taucht er ja eher so als Cameo auf. Aber in den anderen Teilen ist er ja essentielles Mitglied von Ethans Crew. Und der ist halt wirklich jemand, der die ganze Zeit wirklich auch cool bleibt, weiß, was er Ethan zutrauen kann. Er weiß, wie Ethan tickt. Er sagt halt zwischendurch, ordnet das auch mal so ein bisschen ein. Dann macht ihr um Ethan keine Sorgen. Der schafft das schon. Und auf der anderen Seite hat er dann doch immer bei Ethan Stunts so ein bisschen diesen Zwiespalt in sich, wo er denkt, muss der Typ jetzt wirklich so steil drehen? Kann man das nicht anders machen? Und deswegen ist Luther wirklich aufgrund seiner Verbindung zu Ethan, aber auch weil er so ein kleiner roter Faden ist, der sich durch die Serie zieht, mein Lieblings-Crew-Mate. Ja, verstehe ich. Er ist so ein bisschen auch das Korrektiv, was vielleicht Ethan einfach braucht oder die Figur zumindest des Ethan-Hunts irgendwie braucht. Genau. Aber auch so ein bisschen der Fels in der Brandung. Wir haben ja das ja gerade gesagt, er kann sich eigentlich auf niemanden verlassen, aber er weiß, was er an Luther hat. Und ich glaube, Luther ist auch derjenige, wo er sich zumindest in den ersten vier Teilen blind drauf verlassen würde, wenn er ihm was sagt. Ja, das glaube ich auch. Ja, im Grunde ist es bei mir ähnlich, also eigentlich auch Luther und Benji. Aber Benji wahrscheinlich einfach, weil ich Simon Peck wahnsinnig mag und weil ich finde, dass dieser ganz leichte Comic-Relief der Reihe unglaublich gut tut. Genau, kann ich auf jeden Fall sehr nachvollziehen, gerade weil es das zwischendurch immer so ein bisschen auflockert. Genau. Ja, jetzt kommen wir vielleicht zu einem Pick, bei dem wir uns nicht ganz einig sind. Was ist denn das coolste Gadget der ersten vier Filme? Da habe ich mich für den Mastengenerator entschieden. Einmal, weil ich das als Jugendlicher schon unglaublich cool fand, wie sich Iven in zahlreichen Situationen verwandeln kann. Aber ich habe so ein bisschen das Ganze auch so aufs reale Leben für uns bezogen. Was fände ich denn am coolsten, wenn ich es hätte? Und da wäre schon dieser Mastengenerator, wenn ich mich da an jeden verwandeln könnte, wäre das schon sehr, sehr cool. Verstehe. Ja, es ist auf jeden Fall das, denke ich, ikonischste Gadget. Also wenn man, wenn wir vorhin schon gesagt haben, mit welchen Szenen man Mission Impossible verbindet, dann ist es eben diese, ich sage mich, in dem Schachtherab-Szene, wenn es eine Figur ist, dann ist es Tom Cruise als Ethan Hunt. Und wenn es ein Gadget ist, ist es natürlich dieser Maskengenerator. Genau. Weil er ja nicht nur... Ich habe den langweiligen Pick gewählt. Bitte? Und dann auch die Stimme, ne? Es ist ja eigentlich auch noch so ein Stimm-Modifikator, wenn man so will. Genau. Das ist ja dieser Streifen, den du dir auf den Kehlkopf legst. Könnte man natürlich auch getrennt betrachten. Also wenn jetzt jemand sagen würde, ich finde aber diesen Streifen viel cooler, den hätte ich gerne als Gadget, weil ich dann einfach Leute verarschen könnte und anrufe und sage, ich bin Olaf Scholz oder so. Das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Das ist interessant, dass die erste Person, die dir in den Kopf kommt, Olaf Scholz ist, aber gut. Ja, ich wollte erst Lionel Messi sagen und es ist mir eingefallen, dass ich kein Spanisch spreche. Von daher wäre es schlecht, wenn ich dann mit Lionel Messis Stimme sage, hallo, ich bin Lionel Messi. Wahrscheinlich weiß auch niemand, wie Lionel Messi klingt in Deutschland, weil man den nur Fußballspielen sieht. Und deswegen habe ich gedacht, also als Olaf Scholz irgend anrufen und sagen, ich komme bei Ihnen morgen mal vorbei und dann wird der Buberz legal. Das wird auch ganz nett. Das ist sehr schön, ja. Ja, ich habe so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem Maskengenerator. Also klar, es ist das Ikonischste, haben wir jetzt gerade schon ausgeführt, weswegen das so ist und dass das vor allen Dingen so ist. Ich finde aber, es ist ein bisschen overpowered, weil es ja auch nie fehlt, außer klar dieser 3D-Printer fehlt. Aber sobald die Maske einmal angelegt ist, funktioniert sie ja immer. Auch in Verbindung mit diesem Stimm-Modifikator, der auch immer funktioniert. Und deswegen finde ich das ein bisschen overpowered. Vor allen Dingen finde ich es auch ein bisschen overused, gerade im zweiten Teil. Ja. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich am zweiten Teil habe. Ich habe mir den nur aufgespart, weil ich wusste, wir reden ja noch über die Gesichtsmasken. Aber im zweiten Teil hat die ja gefühlt jeder und seine Großmutter auf. Ja. Also das finde ich dann tatsächlich, das hat sich sehr schnell sehr ausgelutscht bei mir, finde ich. Und das ist ja etwas, manchmal wissen wir als Zuschauer ja, dass diese Person, die wir gerade sehen, nicht sie selbst ist quasi, also eine Maske auf hat. Manchmal wissen wir es nicht. Und das führt eben dazu, dass man sich ja selber nie sicher sein kann, ob das jetzt tatsächlich die Person ist oder nicht. Das bringt vielleicht ein bisschen auch Spannung rein, kann sein. Ich finde das dann aber ein bisschen zu stark irgendwie sowohl als Plot-Device als auch tatsächlich als Gadget innerhalb des Plots. Ja, gerade in Teil 2 kommt es wirklich sehr, sehr häufig vor, dass du dann in den letzten Szenen da sitzt und halt auch immer weißt, ach ja, Tom Cruise bzw. Ethan Hunt stirbt da jetzt nicht, sondern ist einfach ein Typ, dem man eine Maske aufgezogen hat. Da kommst du halt direkt, wenn du die Szene siehst, drauf, das hat dann nichts mehr Spannendes. Während ich den Einsatz in Teil 3 in dieser Ich-zähl-bis-10-Szene habe ich zum Beispiel gar nicht kommen sehen. Da habe ich gedacht, dass Philipp Simon Hoffmann das durchzieht und Julia ist jetzt tot und als dann gezeigt wird, eigentlich ist es nicht Julia, sondern da steckt eine andere Frau drunter, war ich total verblüfft. Das war für mich halt ein richtig cooler Twist. Von daher ist halt wirklich so Hit und Mist mit diesen Masken, aber im Großen und Ganzen finde ich sie schon ein cooles Gadget in den Filmen. Ja, also der Twist war cool, definitiv, damit hätte ich da auch nicht gerechnet, aber ich denke mir im Umkehrschluss auch, ich meine spätestens ab Teil 2 sollte jeder, sowohl die Guten als auch die Bösen, wissen, dass es die Möglichkeit dieser Masken gibt. Deswegen sollte eigentlich der Startpunkt jeder Konversation einfach mal ein Griff ins Gesicht vom Gegenüber sein, um zu gucken, mit wem rede ich denn da überhaupt? Erst mal fragen, warum hast du eine Maske auf? Ja, warum hast du da eigentlich eine Maske auf? Und dann fragen, warum da Stroh rumliegt. So sieht es aus. Ja, ich finde es auch, also du brauchst ja wirklich diese Suspension of Disbelief manchmal, weil ich glaube in Teil 3 war das wirklich, da hat Ethan diese Maske in der Hand, die halt wirklich aussieht, als wenn sie von Leatherface gerade irgendwie zusammengeschnibbelt wäre. Du siehst halt das Gummi, irgendwelche billigen Augenbrauen dran geklebt und dann zieht er sich das Ding über und die Kamera fährt rum und dann sieht er halt aus wie Philips B. Morphman und denkst du so, ach, ich weiß nicht, hätte man das nicht irgendwie morphen können oder so? Oder sowas oder die Maske ein bisschen realistischer darstellen lassen können. Aber manchmal ist das ja wirklich nur so ein Gummilappen, den die in den Händen haben und dass dann danach das perfekte Gesicht rausspringt, ja, da muss man schon teilweise beide Augen zukneifen. Ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen geschädigt durch Scream 3. Immer wieder. Schlimmste am ganzen Film. Naja, ich bin da ein bisschen Classic unterwegs. Für mich ist es das Gadget, was ihn in Teil 1 aus dieser brenzligen Situation mit Phelps rausholt, nämlich das Kaugummi. Einfach ganz stumpf, ein Kaugummi, was niemand verdächtigt. Man drückt es zusammen, sollte dann natürlich ja sehr sicher in seinem Sekunden zählen sein, ansonsten explodiert es in der Hand. Aber nach ein paar Sekunden geht es dann in die Luft und bringt ihn ja oder bringt ja da das große Aquarium zur Explosion, weswegen er dann eben aus dieser brenzligen Situation flüchten kann in Teil 1. Oh ja. Und das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch eine Szene für mich, die sich in mein Gehirn eingebrannt hat, weil sie eigentlich in jeder Werbung zum Film zu sehen war. Also jedes Mal, wenn Mission Impossible im Free-TV lief, hast du immer diese Szene gesehen, wie Ethan in Zeitlupe aus dieser Welle herausspringt oder vor dieser Welle wegspringt. Ich muss aber auch sagen, so ein Kaugummi, wenn du Kinder hast, würde ich das als Gadget eher nicht wählen, weil dann fliegt wahrscheinlich die Wohnung in den ersten 10 Minuten, wenn sie dir die Taschen durchsuchen, um die Ohren. Du solltest es auf jeden Fall irgendwo anders aufbewahren als die anderen Kaugummis. Das auch, ja. Das stimmt. Und farbenblind sein sollte man vielleicht auch nicht. Gutes Argument. Ja, auf der anderen Seite, was ist denn das am wenigsten coole Gadget für dich? Das war für mich das magnetische Kettenhemd aus Mission Impossible 4, das Jeremy Renner trägt, wenn er sich in den Schacht fallen lässt, um dann von einem kleinen Rover, der unten unter dieser Turbine steht, magnetisch in der Luft gehalten zu werden, um ihn dann ja durch die Gegend schweben zu lassen. Und das, weiß nicht, sah für mich ein bisschen affig aus, das fand ich auch irgendwie uncool, weil ich dachte, ja, Ethan hat das hier mit Wirework geschafft und du musst dich halt von so einem kleinen Ding da durch die Gegend karren lassen. Das war irgendwie so ein bisschen unterwältigend. Ja, da gehe ich komplett mit, weil das auch irgendwie so arg ankennig aussieht, wie er da durch die Gegend schwebt. Ja, nee, also das ist auch bei mir tatsächlich das, was mich am wenigsten abgeholt hat, ja. Ja, das sieht halt auch irgendwie aus, als wenn er gerade vom Mittelaltermarkt kommen würde und hat sich dann mal eben schnell in den Anzug drüber gezogen. Für das nächste Duell direkt gewappnet ist es. Genau. Ja, abschließend dann natürlich noch die große abschließende Frage. Ich denke, das ist bei uns beiden jetzt schon ganz gut rausgekommen, was denn die Antwort auf die Frage sein wird. Aber dennoch müssen wir sie stellen. Was ist denn für dich der beste Teil der ersten vier Mission Impossible Teile? Also für mich ist Mission Impossible 1 der beste Teil und das ist natürlich eine sehr, sehr subjektive Meinung. Aber für mich spielt er einmal damit rein, dass es halt für mich eine persönliche Note hat, so wie ich den damals gesehen habe. Für mich war es auch der Startpunkt der Reihe. Einerseits so diese Verbindung zum Original zu sehen. Also haben wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht darüber gesprochen, die ikonische Anfangsmelodie, dieses Intro, in das Szenen aus dem Film schon reingeschnitten werden. Also man sieht ja tatsächlich Dinge, die später passieren, siehst du da in Sekundenbruchteilen. Das ist auch etwas, was aus dem Vorspann der Serie übernommen wurde. Das steckt da auch alles mit drin. Und gleichzeitig diesen Startpunkt zu haben, wo viele Charakterentwicklungen von Ethan aufgemacht werden, wo Ethan in der ersten halben Stunde eigentlich schon perfekt inszeniert wird. Und gerade auch mit diesem Opening. Das beeindruckt mich immer wieder, wenn ich sehe. Und deswegen ist es für mich halt so wirklich als Ankerpunkt der Reihe und als Startschuss für ein für mich auf jeden Fall sehr bedeutendes Franchise mein Lieblingsfilm. Der ersten vier. Ja, also das verstehe ich auf jeden Fall. Bei mir ist es ganz knapp der vierte vor dem ersten wahrscheinlich, weil mir so ein bisschen diese persönliche Connection zum ersten fehlt. Und weil ich den vierten allgemein am rundsten finde, zumindest von den ersten vier, das ist gerade ganz schön gesagt. Mission Impossible ist ja eine der wenigen Reihen, oder eine der wenigen Franchises, die im Grunde immer besser werden. Ja. Das kann man, denke ich, schon so sagen. Zumindest nach Teil 1 und ab Teil 3. Für mich ist es dann der vierte. Der hat natürlich auch ein paar Schwächen. Auf die sind wir vorhin auch schon so ein bisschen eingegangen. Eine der Schwächen ist dann ja leider auch hier wieder das CGI, also wie der Kreml da explodiert. Das sieht wirklich fürchterlich aus. Gott. Da tut es auch nicht gut, wenn man das in 4K sieht oder sowas. Das hilft dem Ganzen auch nicht. Das ist wirklich ein ganz schlechter irgendwie PS3-Ära-Effekt. Aber mein Gott, das ist ja dann auch schnell vorbei. Und es geht ja darum, was die Konsequenz dieser Explosion ist und nicht, dass diese Explosion cooler aussieht. Aber ansonsten finde ich den einfach rundum gelungen. Ich finde den am kurzweiligsten von allen Vieren. Und deswegen gewinnt er ganz knapp bei mir vor dem ersten. Kann ich vorhin ganz nachvollziehen. Und ich habe den ja auf Englisch geschaut und habe die ganze Zeit gerätselt, weil die immer Kremlin sagen. Wie heißt das denn auf Deutsch? Ich bin irgendwie nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, das heißt im Deutschen doch nicht Kremlin oder sagen wir Kremlin. Bis ich dann wirklich auf den Kreml gekommen bin, hat es ein bisschen gedauert. Jetzt habe ich direkt eine andere Titelmelodie im Kopf. Die von den Kremlins? Von den Kremlins, ja. Okay. Hast du noch was auf dem Zettel für die ersten vier Mission Impossible Teile? Nee. Nur, dass ich mich darauf freue, dann nächste Woche reinzuhören. Da bin ich ja nicht mit an Bord. Da bin ich ja im Urlaub. Dann da reinzuhören, wie ihr die anderen beiden bewertet und natürlich wie dann der neue Mission Impossible 7 bei euch wegkommt. Da freue ich mich dann schon sehr, euch dazu zu hören. Und ich muss sagen, es gibt ja viele Rewatches, auf die man sich vielleicht nicht so freut, weil da größere Durststrecken dabei sind oder weil es eben so ist, wie du schon sagtest, dass Reihen auch schlechter werden mit der Zeit. Hier war es zum Glück nicht so. Deswegen hat es mich unglaublich gefreut, Mission Impossible 1 bis 4 nochmal nachholen zu dürfen und vor allen Dingen dann heute mit dir drüber quatschen zu dürfen. Das freut mich, das drüber quatschen hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und der Rewatch auch. Ich bin noch nicht ganz so weit wie du. Mir fehlt jetzt noch der fünfte im Rewatch und dann der sechste. Und den siebten werde ich dann mit unserem lieben Kollegen, dem Onno, im Kino genießen und dann drüber sprechen zu können. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ist einfach eine solide Reihe. Das kann man, denke ich, als Fazit auf jeden Fall drunter setzen, auch wenn der zweite natürlich jetzt ein bisschen abfällt. Aber selbst der oder selbst der klingt auch schon wieder arg negativ, wobei der auch viele Fans hat, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Das stimmt, ja. Ja, und man mag von Tom Cruise und seinen persönlichen, privaten Einstellungen natürlich halten, was man möchte. Aber ich finde, es ist für die Reihe ein Glücksgriff, dass er halt federführend dabei war von Anfang an und immer noch dabei ist, weil er mit seiner Arbeitseinstellung und mit dieser Einstellung, ich will halt wirklich gute Action inszenieren. Ich will, dass sich jeder hier ins Zeug hängt, dass er das dann so vorantreibt. Und deswegen habe ich bisher bei allen neuen Teilen auch nie irgendwie so ein bisschen eine schlechte Vorahnung oder ein schlechtes Bauchgefühl gehabt. Weil ich dann halt immer denke, ja, Tom Cruise ist an Bord. Der wird schon schauen, dass das ein solider Film ist. Und deswegen gehe ich da auch guten Gewissens in den neuen Teil und bin da schon gespannt, was mich da erwartet. Ja, das geht mir auch so. Und liebe HörerInnen, ihr dürft mir auch gerne die Daumen drücken. Denn wie gesagt, ich muss Teil 5 und Teil 6 noch nachholen oder darf den noch nachholen. Und ich habe ja auch gesagt, ich bin gerade umgezogen und ich habe leider meine Filmsammlung noch nicht ausgepackt. Die weilt noch in einem der Kartons. Dementsprechend habe ich mir jetzt die ersten vier Teile noch mal geliehen, um sie noch mal nachzuholen. Vielleicht finde ich ja jetzt vor dem Rewatch vom fünften meine Boxedition, dass ich da noch ein bisschen Geld spare. Die Nadel im Heuhofen noch mal. So in etwa, ja. Ja, danke Daniel. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir über die Filme zu quatschen. Ja, ich danke dir. Schön, dass du wieder am Start bist. Ja, da freue ich mich auch. Und wir freuen uns vor allen Dingen, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr so fleißig auf Play drückt. Gebt uns da gerne Feedback, was ihr von den ersten vier Teilen haltet. Vielleicht auch, wie ihr sie im Vergleich zu 5, 6 und falls ihr ihn schon gesehen habt, natürlich auch dem siebten findet. Wir werden dann nächste Woche, wie vorhin angekündigt, über 5, 6 und dann eben auch über Dead Reckoning Part 1 reden. Da dürft ihr schon mal sehr gespannt sein. Und ansonsten bewertet uns auf den gängigen Plattformen. Da freuen wir uns immer sehr drüber, über jede Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft uns und der Sichtbarkeit von unserem kleinen Projekt hier massiv. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.